Und? Rekordet er jetzt? Okay. Prost, Gehirn. Prost. 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 Und Mahlzeit. Danke. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 299. Heute am 4. März 2017. April. April. Dankeschön. Warum habe ich dann März aufgesucht? April April. Das heißt, es ist der 4.4. eigentlich? Ja. Ah. Okay. Wir befinden uns beim Gareb in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A 1070 Wien. Habt gut geschweißt oder sind dabei? Ja. Und heute sind bei uns dabei der... Stefan. Ehrengast heute, voll mit dem vollen Mund. Grüß dich und Pamminger. Sehr gut. Dennis. Und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von bukronik.com, der Internetagentur aus Österreich, von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem sehr vielen Dank an unser Klebemonster, an unsere Patrionen und an unseren Flatterer. Oder umgekehrt, je nachdem, wer mehr gibt. Und sowohl an unsere Feedbackler. Und damit komme ich zur Feedback-Vortragung. Ich kann das Feedback nicht verlesen, weil ich es nicht ausgedruckt habe. Aber ich habe es auswendig gelernt und kann es jetzt rezizieren. Wow. Ja. Das Feedback war vom Biertaucher-Podcast 271, vom Christoph aus der Steiermark. Und neben den eher technischen Daten hat er hauptsächlich geschrieben, ich gebe jetzt sinngemäß wieder mit nur sehr leichten Übertreibungen, er bedankt sich für die lebensverändernde Hinweis auf den Leberkäse-PB in Linz. Und anscheinend haben wir dadurch jetzt seine Ernährungs-Erfahrung bereichert. Stichwort Ferti. Das ist ja ewig her. Das ist ewig her, ja. Da haben wir über den Leberkäse-PB geredet, den gibt es auch in Wien. Und den gibt es aber hauptsächlich in Wien, Linz. Ganz neu, zweimal. In Wien gibt es ihn jetzt zweimal. Nämlich auch am Hauptbahnhof. Ah. Tja. Seit ein paar Wochen. Wenn Sie wissen wollen, wer der Leberkäse-PB ist, einfach Folge 271 nachholen. Und ich dachte, ich kann es jetzt von euch durchbeiführen, aber gut. Okay. Kann man ja leicht anklicken, dann höre ich nur den Leberkäse-PB. Super. Ist eigentlich eine Linz-Institution am Bahnhof. Ja, habe ich jetzt nach Wien expandiert. Ja. Aller möglichen Leberkäse-Sorten mit Pfeffer-Ausen. Dort haben es auch die irgendwo an, die Verkäufer. Genau, die haben so. Ach so, das ist sogar so. Und alle möglichen Gepäcksorten dazu, Mundflösser und bla bla bla. Aber ich glaube, der in Wien ist jetzt, also der betreibt das nicht selber in Wien, sondern hat er nur die Frenz ausgeben. Tja. Aber der Leberkäse ist der gleiche. Der Leberkäse ist der gleiche. Jetzt haben wir jetzt gleiche Rezepte. Okay. Da stehen ja Schlangen hinter der Oper bis zum Zerstroßbüssen. So. Aber hat schön lange offen. Ist das so wie dänische Delikatessen? Nein, das ist echt und das ist ein Geschäft. Nehmt ihr auch jeder in der Abfangasse. Ah, okay. Also jetzt heißt, man kann vorher noch einen Schnitt Kuchen essen und dann anschließend eine leckeres Leberkäse. Besonders gut ist der Zwiebelneberkäse. Oh Gott, da bekommen wir uns schon wiederum nach. Meine Herren, ihr dürft gleich in den Saft gehen. Lasst uns noch ein paar technische Details machen. Heute bei der Sendung 299 gibt es keine Videoaufzeichnung, die keine Kamera mitgebracht hat. Aber wir planen eine für die nächste, für die 300er Sendung. Und ich kann gleich ankündigen, die 300er Sendung wird sich abspielen hier in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Bitte nächsten Dienstag einfach herkommen. Nur es sind ja gerade Osterferien, das heißt. Wer weiß, ob da viele Leute da sind. Schulferien. Schulferien, erwachsene vielleicht. Okay. Es gibt sogar spezielle Themen geplant, oder? Jubiläum. Ich bin doppelt so selbstbewusst wie sonst, aber es ist nichts. Ein Rückblick. Ein Rückblick. Die letzten 300. Nein, also ich habe starke Hoffnung, dass der Gregor herkommt, aber ich weiß ja natürlich nicht. Naja, da du bitte Videoaufzeichnen werden. Da muss er sich halt hinten die Kamera setzen. Bitte, ich habe auch Feedback. Bitte. Ich habe mir die letzte Folge angehört und das Essen während dem Podcast ist echt furchtbar. Das, was der Christoph genau jetzt macht. Und zwar, das Hauptproblem ist das, was der Christoph auch gerade macht. Besteck. Besteck am Porzellan. Am Porzellan, ja. Das ist, scheinbar hat das Mikrofon genau die Eigenfrequenz dort drauf. Also das heißt so richtig im Ohrklirren. Okay. Und das zweite ist, letztes Mal hat irgendwer auch ganz kolossal gematscht. Gematscht? Ja. Gematscht. Ach, geschmatzt. Man hat ja das Gefühl, man ist direkt im Mund. Ai, ai, ai. Und das ist nicht so geschmackig. Also, es schmatzen nur die, die essen oder auch die anderen? Also, ich, nachdem es genau zum gleichen Zeitpunkt, wie das Bekir war von den Messern und Gabeln, würde ich daraus schließen, dass es den Essen hat. Also jetzt schmatzen und Besteck im Mund frei, weil der Christoph fertig gegessen hat. Okay, also das, äh, ja. Dann müssen wir eigene Essenszeiten und auch eigene Zeitpunkt erzählen. Ich glaube, es wäre eine gute Idee fürs Essen zum Beispiel. Du bist ab jetzt akustischer Hygienebeauftragter, ja, und dust das sauber trainern. Wir sollten vielleicht ein Mikrofon dran anschließen, dann können wir nämlich direkt live mithören. Also, du wirst demnächst über ein Mikrofon, äh, Quatsch, Entschuldigung, über ein Kopfhörer angestöpselt. Ja, der hattest du ja schon im Ohr. Willst du sein Ohrenschmalz? Nein, nein, ja. Jetzt, was du sagst, kommt mir klar, dass die Idee auch nicht so gut ist. Deswegen benutze ich den nicht. Ich habe leider kein Kabel mit, aber... Okay, okay. So, was wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen? Ich wollte den Teaser anbringen und fragen, ob ihr Themen habt, über die ihr gerne reden wollt. Unmengen. Unmengen. Dann fang doch gleich an, Stefan. Worüber möchtest du heute reden? Das dänische Künstlerkollektiv N55. Weil das ist ja ein Kernthema vom Biertaucher-Podcast. Ja, wirklich? Ja, und ein paar neue Meetups. Meetups, okay. Aber ihr werdet sehen, das Künstlerkollektiv N55 ist genau unser Thema. Aha, okay. Und wir haben ja heute den Christian, der sehr selten da ist. Christian, gibt es Neues von FH Concrete? Ja. Entschuldigung, FH Complete, oder? Ja, wir haben in St. Pulten gestern in Betriebnahme gehabt. Und darüber erzählst du heute? Das kann ich erzählen. Super, ja? Also mit einem Jahr Verzögerung ist das dann doch endlich geglückt. Dann haben wir das Community-Treffen im Juni. Was für ein Treffen? Community-Treffen. Community-Treffen, okay. Da warst du eh schon mal dabei. Ja. Laut, laut reden, bitte. Und, ja, das Jot davon habe ich mit. Ah ja, wir waren alle ganz neidisch. Das liegt da herum. Ein Foto davon wird in die Show Notes eingepastet. Ganz begeistert. Ja, ich auch. Ganz neidisch. Ich habe noch etwas vergessen. Bitte schön. Ich bin wieder ganz begeistert von Elasticsearch. Okay, und darüber erzählst du uns heute? Ich erzähle ja ein bisschen. Das ist, ich bin ja gespannt, Schatz. Ja, ein bisschen. Dennis, was hast du für einen schönen, oh, was zeichnest du da für einen schönen Plan auf? Das ist interessant, nämlich darüber habe ich vor zu reden. Ja. Du guckst auf meinen Zettel und zack, siehst du es. Und zwar habe ich mir ein kleines Display für meinen Raspberry Pi gekauft. Ah, sehr gut. Klein, aber fein. Bevor wir es vergessen, wenn wir es nicht besprochen haben, sind eh alle im Flugmodus. Ich glaube schon. Ich höre hier irgendwas vibrieren. Das klingt danach, als würde irgendeins nicht im Flugmodus sein. Der Tisch hat gerade vibriert. Also irgendjemand ist nicht im Flugmodus. Ich bin im Flugmodus. Mein ist, hat sich gerade ausgeschaltet. Ah, okay, das erklärt es. Gut. Ja, und ich kann erzählen über einen neuen Podcast, nämlich den Couchsurfer-Podcast, der genau heute offiziell das Licht der Welt abläuft. Oh, Couchsurfer-Podcast, genau. Ja, Biertaucher, Couchsurfer, was kommt da als nächstes? Genau, Coding Teacher, drei Internet, also derzeit stehe ich bei vier Podcasts. Warum das Couchsurfer-Podcast, was zu tun mit dem Couchsurfen? Genau, ja. Ah, wirklich? Ja. Du brauchst einfach nur am Tisch sitzen bleiben und du kriegst das Brühwarm von mir erzählt. Genau, und sonst habe ich keine großen Themen. Ich könnte ein bisschen weitererzählen von dem Buch, was ich letztes Mal anbracht habe, aber ich nehme an, ich habe so viele Themen, dass ich das auch verschieben kann. Das war eigentlich ganz nett. Das war ganz nett. Na gut, 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 gut. Und sonst, ja, sonst habe ich eigentlich keinerlei Thema. Hast du irgendein Kino besucht oder irgendeinen tollen Tipp, was man mit Kindern machen kann oder Familienbelustigungen in Wien oder so? Irgendwas Soziales oder kulinarische Tipps werden immer gern gehört. Leider nein. Okay. Ich werde dann schon was mit Kindern, aber nicht in Wien. Nicht in Wien, okay. Am Wochenende war am Rathaus die Fahrradausstellung. Genau, ja. Ja, ich war dort. Ah, kannst du davon erzählen? Jawohl, ja, ja, okay. Dann haben wir ja jede Menge Thema. Wem liegt es denn am meisten am Herzen? Machen wir vielleicht dich als Gast zuerst FH Komplit. Was ist bisher passiert? Ja, FH Komplit, die Version 3.2 ist... Zuerst für die Hörer, die dich letztes Mal nicht gehört haben, müssen wir ganz kurz erklären, was FH Komplit überhaupt ist und wo du arbeitest. Genau, wir haben ja so viele Hörer, die seit der erst dabei sind. Also FH Komplit ist ein freies Campus-Management-System, in BHP geschrieben und Postkreiskeller-Datenbank. Also zur Verwaltung von einer kleinen Uni oder Fachhochschule. Genau, es geht um Hochschul-Administrationssystem, also vorwiegend für Fachhochschulen. Es sind aber zwei Unis auch schon mit dabei. Wobei man schon sagen muss, dass diese zwei Unis schon ein Schulsystem haben, also wo der Studienplan sehr fix und nicht so frei wählbar ist. Also wenn man das Hardcore-Unis-System, dass man selber schauen muss als Studierender, welche Lehrveranstaltung besuche dieses Semester und melde mich an. Aber das ist ja auch nicht der Sinn einer Fachhochschule. Genau, darum heißt es ja, FH Komplit für Fachhochschulen. Gemeinsen Universitäten gehen da hin. Ja, das gibt mir wieder was für Schuld. Ja, ja, mir fällt das auf. Die Unis bekommen mehr und mehr so einen Studienplan, wo man, was heißt denn dann, Empfehlung, welche Lehrveranstaltungen empfohlen im Semester XY. Wie in der Gesellschaft, Sicherheit statt Freiheit. Und die Fachhochschulen gehen Richtung Uni. Ach so. Ja, da gibt es jetzt so viele Wahlmöglichkeiten und bla bla bla. Jetzt ist die Themen, werden lockerer Neuer. Schleift sich alles an. Demnächst sind die FHs, die Höhergestellten. Nein, das kommt jetzt in 2018 in der europaweiten Geschichte, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass in Hochschulen die Anwesenheitspflicht fällt. Auch in der FH? Auch in der FH. Das heißt, dann musst du ja nicht einmal mehr hingehen. Genau, da gibt es einen Stoppenplan. Wie in der Schule, aber seltsam mehr. Moment, ganz fällt, das heißt, die darf es in dem Fach nicht mehr geben, oder? Du hast ja auch auf der Uni Anwesenheitspflicht. Ja, also das ist mit der Vorlesung. Also Übungen werden sicher. Ja, ja, natürlich. Prüfungen musst du wahrscheinlich kommen wissen. Ich kenne kaum Vorlesungen, die mit Anwesenheitspflicht, da hatte ich. Und auf den Fachhochschulen schon. Ja, also ich meine jetzt an Universitäten. Ja, das ist ja die Definition einer Vorlesung, das nicht tatsächlich. Eben. Nur verbindliche Übungen. Interessant. Okay, und das ist eben ein System. Und da arbeitest du ja schon länger dran an dem FH-Komplet. Das gibt es seit 2004. Also das war so der Grundstein damals. Und das ist von euch vom FH-Technikum ausgegangen? Ja, FH-Technikum Wien hat das damals... Also wir waren eigentlich auf der Suche nach einem System, dass wir halt von der Exes-Datenbank einmal wegkommen, sozusagen. Und das haben aber die anderen auch nichts Gescheiteres gehabt, wie Exes. Es hat damals gegeben, es gibt es heute auch noch, das heißt Campus Online, das ist von der TU Graz. Das haben halt viele Universitäten in Österreich. Das ist in die Jahre gekommen, eine Java-Applikation, wo die User-Gruppe eigentlich auch schon seit Jahren wartet auf ein neues Grundrelease, dass es ein Browser einmal funktioniert. Und das ist auch Open Source wäre oder nicht? Nein, nein, das kann man sagen, das ist total auf Oracle-Basis. Also da sind schon die Oracle-Lizenzen in Ordnung, was die da zahlt. Und für uns war das auch finanziell überhaupt nicht drin. Es wäre sowieso zu dick gewesen, also das ist ja doch sehr mächtig mit Hunderten und Features. Ihr wollt eigentlich nur eure Hörsäle und eure Studenten verwalten? Genau, Raumplanung, Ressourcenplanung und so. Und dann habt ihr beschlossen, ihr programmiert es euch selber? Wir haben das damals eigentlich gemeinsam mit der Fachhochschule BFI beschlossen, dass wir einen neuen Eigenbau starten und auf freier Softwarebasis, das war so die Grundidee. Es hat aber auch, dass die Fachhochschule BFI dann die Ressourcen einfach nicht gekostet. Jetzt haben wir es einfach allein gestartet. Warst du da von Anfang an maßgeblich involviert oder bist du erst später dazu beschlossen? Du bist der Einzige. Du bist der Einzige. Du bist die FA-Kommunik. Ich war die Community. Deshalb dieser Fokus auf freier Software. Genau. Also das, was ich vorher gehabt habe, schon war ein Warenwirtschaftssystem. Da habe ich schon eine Access-Lösung abgelöst im Haus. Der nächste Schritt war dann diese Stundenplanung. Wir haben ein Tool gehabt, das heißt von Grube und Petters ein Stück raus an die. Die vertreiben das wirklich europaweit für Hauptschulen oder Gymnasien. So ein Stundenplan-Anstellungstool. Genau. Also was praktisch die Lehre und die Klassen und die Räume matcht. Das ist aber darauf ausgelegt, dass sich dieser Stundenplan jede Woche wiederholt. Ja. Das ist kein Kalender. Das sind dann immer komplizierte Ausnahmen. Und das war das für uns auch dann mehr sinnlos. Das hat zwar so Features wie Pausenaufsicht und Gangaufsicht. Das brauchen wir ja nicht. Und dann war 2005 schon das erste große Ding. Dieser Teil heißt Tempus, wo es um diese Raumplanung geht. Also wo man konkret sagt, welche Lehrveranstaltungen... Das ist jetzt von eurem Tool, das Tempus. Genau, das ist der Teil. Den habt ihr schon relativ bald gehabt. Das war eigentlich der erste Teil, was mit Campusmanagement ist. Und rund um diesen Teil ist das dann immer größer geworden. So Studierendenverwaltung, vom Interessenten schon weg. Und in der Dreierversion jetzt, also inzwischen ist es im 3.2, aber der große neue Punkt in der Dreierversion war Studienordnung, Studienplan. Historisch aufbereitet. Vorher war immer nur der aktuelle Studienplan in den Systemen. Und jetzt ist das... Auch historisch auch. Vorher war es eine Resonierung. Genau. Also wann ist der Studienplan genehmigt worden? Wann ist der Betrieb? Die Bewerber bewerben sich ja jetzt nicht für den Studienrichtung, sondern für den konkreten Studienplan. Ja, für den Studienrichtung mit dem Studienplan. Und genau, das war 3.2. Das war vor einem Monat circa. Und die 3.3er-Version haben wir eben einschieben müssen, weil wir nicht alle Features für 3.2 fertiggebracht haben. Aber dass wir irgendwann diese Version, die wir jetzt seit zwei Jahren immer wieder hinausschieben, dass wir endlich releasen, haben wir ein paar Features dann da gestrichen. Und eins, das was aber dringend ist, ist diese User-Defined Fields. Ja. Da haben wir aber jetzt nicht zugewartet. Weil wir Postgres 9.4 dazu benötigen. Als Datenbank jetzt. Wir wollen die User-Defined Fields. Bitte ganz laut und nah beim Mikrofon. Also die Entscheidung, wie wir es lösen technisch, diese User-Defined Fields, war dann auch gleichzeitig die Entscheidung, dass wir es jetzt von Postgres-SQL abhängig machen. Postgres hat ein Feature drinnen, also ein NoSQL-Feature, dieses Chasen-B, also binär Chasen, und vermischt so Features von NoSQL mit SQL. Also man kann in einem Attribut Chasen-Objekte speichern und innerhalb dieser Chasen-Objekte Indizes, Anlänge, etc. Und die sind sogar in der Performance besser, wie zum Beispiel MongoDB, die es ja eigentlich total NoSQL ist von Haus aus. Also das ist momentan, glaube ich, die einzige Datenbank. Aber ihr seid jetzt nicht mehr Datenbank-unabhängig, also ihr braucht jetzt Postgres. Aber Postgres ist ja selber freie Software, oder? Postgres ist frei, richtig frei. Und man kann es auch mit Support haben, wenn man möchte. Also für jeden, was dabei ist. Das ist ja Enterprise-DB. Das ist die kommerzielle Firma dahinter, aber die Community rund um Postgres ist schon sehr, sehr frei. Also das ist wirklich durch die Welt verstreit. Ich glaube, der Typ, der diese Indizes-Algorithmen, so schreibt, ist ein Russ. Das weiß ich gar nicht. Der Hauptgründer eigentlich ist der Bruce Monnian. Den habe ich mal kennengelernt, der Filmprogramm. Aber der ist so im Hintergrund. Das ist nicht so wie bei anderen. Und euer System wird ja jetzt, also jetzt ist sozusagen die Version 3 rausgekommen, oder versteht ihr? Genau, und die St. Bültener haben, die haben ja, das war der erste Partner, der 2007 auf den Zug aufgesprungen ist, und die haben noch die 2er-Version gehabt und sind von der nicht weggekommen, weil sie die 2er-Version so gepatcht haben, diese Patches aber nicht ins Projekt rückgeflossen sind. Ja, so nur geforgt und nicht... Schnell quick and dirty, weil es halt schneller geht. Du musst ja, wenn du die Features einbaust, das konfigurierbar machen, weil eine andere verbraucht das vielleicht nicht mehr. Das hat ja, das hat ein Entwickler, der die Ressourcen nicht hat. Und jetzt war eigentlich, beim Projekt selber ist es eigentlich darum gegangen, dass ihre Online-Bewerbungsgeschichte da komplett was Neues bauen, also mit uns gemeinsam. Und wir haben das aber eben für FH Complete 3, das ist ein Plug-in für die 3er-Variante, und aus diesem Umstand heraus hat sich eigentlich das Projekt Update auf 3 ergeben, das viel aufwendiger war, weil sie eigentlich das Online-Bewerbungs-Ding, weil die komplette Architektur... Also ohne das Feature, das hätten sie jetzt immer noch bei der 2er-Version. Sie wollten es aber nicht selber entwickeln. Sie wollten es wieder in der Community haben, und dass das für andere auch benutzbar ist. Das ist ja auch ein Hintergedanke, die investieren jetzt auch Geld in die Online-Bewerbung, und die anderen sollen auch was anderes haben. Und umgekehrt ist die andere FH, die hat das BFI zum Beispiel ein super Verrechnungssystem. Das ist alles in die Rücke flossen ins Projekt. Und hast du das Gefühl, dass sehen die Projektbeteiligten, also die anderen FHs auch, dass das vorteilhaft ist für sie? Ja, die, die dabei sind, sehe ich schon viel. Keiner, der sagt, oh, das war eine Chance, wir müssen unbedingt eine proprietäre Software nehmen. Sie haben auch mittlerweile... Sie haben auch eine höhere Sicherheit, dass das dann wer pflegt, den Code, wenn er frei ist, oder? Und sie haben auch jetzt verstanden, dass sie einen Entwickler brauchen. Also Sie wollen jetzt fix... Die Burgenländer haben jetzt fix einen angestellt, schon seit einem Jahr. Da kommt schon langsam ein Schuss. Sehr gut, danke. Und die Sigmund Freud Universität, das ist ja... Privat-Uni in Wien, oder? Ja, das ist eine Traumkunde. Auf der einen Seite, weil die so in ganz Europa vertreten sind, auf der anderen Seite sind sie aber so schnell gewachsen, und dass diese Organisation... Sonst nicht nachkommen mit ihrem Erfolg. Also jeder Studiengang macht ganz was anderes. Das ist einfach... Also es war uns unmöglich, eine Instanz von FH-Complit für die komplette Sigmund Freud-Uni. Also die Mailänder haben eigene Instanz. Okay, okay. Also es ist nicht so mandatenfähig, wie es die auch. Da hat wirklich... Die Mailänder sind komplett anders aufgestellt, wie die in Wien. Und die verwenden aber auch FH-Complit? Ja, aber noch nicht in allen Standorten. Also Mailand und Wien schon. Aber es fehlt noch Berlin, Linz, Paris, wie heißt das? Luglana. Die Standorte Feldner. Und die haben jetzt gerade eine Ausschreibung laufen, die stehen jetzt auch nicht weg. Die haben schon jetzt auch bemerkt, so Kleinigkeiten, Spezialverpassung in das Kleider, wenn sie es selber machen. Und siehst du das gegeben, dass dann dadurch, dass es eine freie Software ist, diese verschiedenen, von verschiedenen Unis, angestellten Entwickler, trotzdem sich gegenseitig, also die Patches wieder weiterreichen? Das ist die Herausforderung. Also musst du da nachlaufen, oder? Also der Burgenländer war letztes Mal wieder bei uns. Das dauert natürlich eine Zeit, bis das Komplettsystem mal eben behirnt hat, weil es ja auch so gewachsen ist. Da sind die neueren Teile schon mit Code Igniter im Unterbau, aber da gibt es noch alte Bereiche, die ganz primitiv wie bei Base Scripts sind. Das ist noch nicht... Wir haben es nie geschafft, dass wir sagen, alles neu mit neuer Hedikatur. Das ist auch ein Risiko. Das geht meistens schief. Du bist ja dann nicht fertig. Und vor allem, du hast ja nichts davon. Du hast viel Zeit verbraten und Geld, aber das ist kein messbares Ergebnis. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil neuerspfen bedeutet, dass man es sauber macht, und das heißt, einfacher anlernen, und man vermeidet direkt von vornherein. Ja, aber es zahlt sich nur aus für die Nächsten, also für die Zukunft dann, dass dann vielleicht für spätere Abgräts besser gehen. Aber erst einmal hast du nur viel Geld investiert für jetzt keine messbaren Features. Ja, das ist eine Investition, die ziemlich teuer ist und schief gehen kann. Also das muss man sich immer reiflich überlegen und wenn es ist besser, größere Teile immer auszutauschen gegen was Neues. Aber die Basis zum Beispiel auszutauschen, ist immer ein großes Problem. Also mit dem St. Pölten-Projekt, das war jetzt das erste Teil, das alles über die API macht. Okay, ja. Also die anderen Dinge, wie eben das Tempus, was ich eben erwähnt habe, für die Stundenplanung, das ist noch so im Core drinnen. Also der Core ist noch viel zu dick. Und jetzt tun wir nach und nach den Core über die API auslageren, dass diese, wir haben ja für verschiedene Benutzerrollen unterschiedliche Tools, die auf die Daten zugreifen. Jetzt hat die Studiengangsadministration ein eigenes Tool, das aber auch voll im Core drin ist. Okay, ja. Und das muss alles raus. Und da schauen wir, dass wir über die API. Und wenn das dann erledigt ist, können wir wirklich sagen, wir haben einen schlanken Core, der auf Codeigniter basiert. Und die verschiedenen Teile, die dann Daten noch anders aufbereiten, können wir ja dann die Technologien auch wieder unterschiedlich gestalten. Wenn ich das richtig verstehe, du leitest jetzt eigentlich einen, oder bist Community Manager sozusagen von einem freien Softwareprojekt, das verteilte Entwickler hat, die aber voll bezahlt werden vom jeweiligen direkten Auftraggeber. Es gibt, genau, die Fachhochschulen haben ihre Entwickler, die da mitarbeiten. Das heißt, die werkeln eigentlich alle an ihren eigenen Forks und müssen die nicht unbedingt wieder zurückspielen. Ja, also das was sie eben leider nicht immer. So wie jetzt die St. Pultner. Die, die das aber dann nach Jahren eh sehen, die Rechnung bezahlen wird. Der hat jetzt den Aufwand gehabt, bei der Bernhard. Also der schwitzt, glaube ich, halt auch noch. Der hat die letzten Wochen und Monate nur eine Zeit verbracht, diese ganzen Patches, die er in der Zweierwärtsung macht und die Dreier. Also das, was dem Gesamtprojekt ja auch wieder zusätzliche Gefallenquellen, weil die, er hat ja dann in Teile der Software Probleme, die mit dem Online-Bewerbungstool überhaupt nichts zu tun haben. Und dann sind die Leute aber angefressen im Haus. Der spielt die Patches sein, die neue Version. Dann geht das nicht, was man mit dem eigentlichen Ding nichts tun hat. Habt ihr eine eigene Testabteilung oder wie tut ihr das? Das sind auch Studenten oder habt ihr eine Klasse, die wir... Das sind die Tester. Aber ohne Witz gibt es viele Lehrveranstaltungen, wo es um Security geht, wo es dann die Studenten auf das FH Complete loslassen. Also, ob die was finden. Da haben wir schon ein paar SQL-Injection-Löcher oder so gefunden. Ich hoffe, die sind jetzt schon alle gefixt. Vor ein paar Jahren waren da tatsächlich noch SQL-Injection-Löcher. Nein, wir haben keine eigene Testabteilung. Wir haben lang versucht, selber die Tests zu schreiben. Also, wir machen es nach wie vor selber, wissen aber, dass das nicht sinnvoll ist. Also, der Entwickler, der sich für den eigenen Teil an Tests schreibt, vernachlässigt das einfach. Also, wir haben automatisiert die Tests, die aber sicher unzureichend sind. Das traue ich mir gar nicht hinschreiben. Mich interessiert das Community-Management. Du hast ja keine rechtliche Handhabe jetzt, dass du jetzt, was weiß ich, am Entwickler in Mailand sagst, der so jetzt seine Patches, was er da gemacht hat, euch zurückspielen. Wenn er nicht will, muss er ja nicht. Das ist ja auch nicht von der Lizenz her. Wie machst du das dann konkret? Organisierst du dann irgendwie Treffen oder versuchst, eine persönliche Beziehung herzustellen? Oder fährst du runter? Oder macht es ja so gemeinsame, gibt es eine FH Complete, FH Complete Con, also machst du so eine Konferenz, wo es alle kommen dürfen? Genau. Wir haben eine Google Plus Gruppe, da sind die drinnen. Das meiste passiert aber eigentlich telefonisch. Also ich ruf da an. Also du kennst eigentlich alle persönlich? Ich kenn alle persönlich. Und der, der da viel mehr drinnen ist, tatsächlich in der Entwicklung ist inzwischen der Andreas Österreicher. Der ist momentan der, der im Chor am meisten Bescheid weiß. Mhm. Ich bin da schon fast. Mhm. Ich kenn schon noch die Architektur, aber ich tue im Detail gar nicht mehr die Sachen programmieren. Okay, ja. Und einmal im Jahr haben wir ein Treffen. Okay, ja. Und da schauen wir immer, dass wir eine Bezirkshauptstadt uns wählen. In Österreich jetzt, In Österreich. Also in Steyr waren wir schon. Heuer haben wir es noch den entschieden. Das Datum ist fix, Ende Juni, aber der Ort ist noch nicht fix. Fix ist aber, oder einen Vorschlag gibt es, der will es wahrscheinlich, dass wir irgendwo in der Ramsauer, mit der ZIP-Line wollen wir da mal auffahren. Also der Ort hat jetzt nichts mit einem konkreten FH, mit einem konkreten User zu tun? Nein. Sondern ihr wollt einfach eine schöne Location? Okay, ja. Wir haben bei den FHs andere Treffen, die RT-Leiter treffen und die sind immer auf einer FH. Okay, ja. Da ist es so interessant, dass man sieht, wie die anderen FHs die RT aufgestellt haben. Aber in dem Fall schauen wir, dass wir wegkommen vom Alltagsgeschäft. Also da geht es ja eher um das Soziale. Ja, passt. Wir haben keine fixe Agenda, wo wir sagen, also die Agenda ist immer gleich Bier trinken und Essen. Also was ist das Aktuelle? 3.2 wäre heuer. Aber eigentlich, wenn ich das richtig kapiere, funktioniert die Kooperation eigentlich über das Persönliche. Also du schreibst jetzt nicht Briefe an die Geschäftsleitung von Mailand, dass die ihrer ID sagen soll, sie sollen bitte den Patch auch wieder zurückliefern. Nein, nein. Also das kriegt auch unsere Geschäftsführung gar nicht mit. die vertrauen uns da halt. Okay, ja. Also wenn da die Geschäftsführung, es gibt schon immer wieder Kritiker, die sagen, hey, wir werden da entwickeln und schenken das her, das geht ja nicht. Aber das sind meistens neue, die neu dazukommen und das immer hinterfragen und auch von freier Software überhaupt keine Ahnung haben. Gibt es das, wir haben jetzt 2017, ist das auch auf einer technischen Hochschule immer noch ein Phänomen, den das so Leute gibt? Ja, ja. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Also die wissen gar nicht, dass es freie Software gibt. Das geht ja nicht. Das muss man ja zahlen. Es kostet eh was, es ist eh nicht so, dass das gratis ist. Man muss das ja trotzdem betreiben. Aber wenn man es ihnen dann vorrechnet, wir haben ja gute Vergleiche mit zum Beispiel Campus Online, dieses Theopratsystem ein Proprietär. Die, die das betreiben, müssen ja trotzdem diesen Second- und Third-Level machen. Und dann brauchen sie wieder die gleiche Anzahl Personen. Bei uns macht der Entwickler gleichzeitig Third-Level-Support. Und der kann es am besten. Am besten Third-Level-Support gibt es gar nicht wie der Entwickler selber. Und das glaube ich, also wenn man es ihnen dann zeigt und vorrechnet, dann begreifen sie es schon. Bist du jetzt auf dem deutschsprachigen Raum auch schon draußen? Oder in Deutschland? Das ist nur aber am Laufen. Das zeigt sich so komisch wie in Leipzig. Ja. Da haben wir nämlich ein Problem gehabt. Die sind zu 100% Tochter von der Deutschen Telekom. Mhm. Und die Deutsche Telekom hat gesagt, wir sind als Firma viel zu klein, dass wir denen irgendwas verkaufen. Wart sie nicht würdig? Genau, also wir haben ja keine 25 Entretter oder so. Also die schauen rein. Aha, das Firmenkonstrukt passt nicht in einer ... also die kaufen bei uns nichts. Also eigentlich verkaufen ja nur eine Dienstleistung dahinter. Also Einschulung, Anpassung, Projektleitung. Jetzt wird Rätseln die umher dumm. Eigentlich hat es schon die Analyse gegeben, also es gibt einen genauen Projektplan etc. Und jetzt sagt die Deutsche Telekom, dass für die wirkliche Implementierung des Systems auf der FH Leipzig eine gescheite Firma ist Teil. Es sind, es gibt, ihr seid nicht ein Unternehmen mit 25 Mann, sondern ihr seid 25 Unternehmen mit jeweils einem Mann, so ungefähr. Da hat ja jede andere Formalkriterien. Wir haben ja zum Beispiel die zwei Fachhochschulen haben eine Ausschreibung gemacht. Das war die FA-Johneum. Ah, da kann ich noch was Spannendes sagen. Also interessant. Und bei der Ausschreibung FA-Johneum damals, das ist jetzt inzwischen fast fünf Jahre aus, haben wir als Formalkründer auch gar nicht mitmachen dürfen, weil wir eben, da waren es die Zahl 25 im Kopf, da waren es mindestens 25 Softwareentwickler angeschlossen. Und bei dieser Ausschreibung darfst du auch keine Bittergemeinschaft gründen. zum Beispiel die FAV Rahlberg hat das schon erlaubt. Die haben zwar auch so Formalkriterien gehabt, aber auch die Erlaubnis, du darfst als Bittergemeinschaft auftreten, also du kannst drei Firmen zusammen tun, und da haben wir dann mit der Firma Beko gemeinsam anbieten können. Weil Beko die Ressourcen hat, wir haben das Know-how und hat das funktioniert. Und da sind wir auch ganz knapp im Finale dann erst gescheitert. Aber die meisten Anwender, die du hast, sind jetzt in Österreich, habe ich das richtig verstanden? Die, die im Betrieb sind, sind alle in Österreich. Okay, ja. Außer wenn wir Mailand, das ist eigentlich eine österreichische Firma, die hat den Mailand den Standard gehabt. Und seid ihr schon mehrsprachig? Also vom User-Interface und so? Die sind mehrsprachig und im Einsatz sind drei Sprachen, Talsch, Englisch und Italienisch. Ist schon im Einsatz. in Mailand ist ein italienischer meinst du? Ja. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat, aber ich weiß nicht. Okay. Ja, es gibt die, es ist nicht alles mehrsprachig, das Backend für ein System, Admin, ist einsprachig. Ja, natürlich. Das English Frontend muss sein. Unterprogrammierer, wir haben leider bei den Variablen, Benennungen etc. sehr oft die deutsche Sprache verwendet. Ah, jetzt deutsche Variablen. Das heißt, wenn man mit der Englischen, das hat sich dann wieder gespießt, mit was man, also ich finde ja das persönlich sehr praktisch, wenn man die Programmiersprache fast immer in Englisch hat und die Variablen in Deutsch hat, das ist ja super leserlich, aber natürlich, wir haben jetzt einen englischsprachigen Entwickler dabei, der wirklich ganz, der lernt jetzt erst Deutsch, der kommt natürlich mit den Variablen, weil das heißt halt dann Bewerber oder Studiengang, das ist für den die Hülle, der lässt da die Klassenbezeichnung, das ist alles Deutsch. Einmal SED drüberjagen. SED? Ja, der Streameditor. Ah, den kenne ich gar nicht. Achso, SED, das ist ein Kommandozeilen-Tool, mit dem man verzeichnisweit oder eigentlich nur auf Dateibasis regular expressions ausführen kann, also Substitions und man kann aber auch auf ein ganzes Verzeichnis bei den Anwendungen. Ich meine, es gibt ja Entwicklungsumgebungen, wo du Variableitnamen durch den ganzen Code verändern kannst. Okay, damit die kenne ich nicht mehr aus, aber das stimmt. Aber so ist es sicher allgemeiner dann möglich, egal welche Sprache ich nehme. Weil die FA-Juaneum, die vor fünf Jahren über Ausschreibung sich für die Datenlosen entschieden haben, die bis heute nicht in Betrieb sind und inzwischen das Projekt rückabgewickelt wird. Ui. Aber wie verwalten die jetzt ihre Studenten überhaupt? Die haben vorher eben so ein eingeschnitztes System gehabt, auf Access-Basis, wahrscheinlich eine MS SQL-Serve im Hintergrund und das wollten sie halt ablösen. Aber de facto tun sie das jetzt immer noch mit dem, oder? Die sind immer noch im Alt-System und da sind aber Millionen reingeflossen dieses Projekt. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, wie das mit der Rückabwicklung, aber das ist gestorben. Also die FA-Juaneum hat jetzt... Also die werden wieder reif für euch, oder? Naja, das war jetzt peinlich, wenn sie jetzt... Wir haben damals das Fleißer-Angebot geschickt mit 300.000 und sie haben... Ich würde jetzt draufschreiben eine Million. Nein, ich habe keine Ahnung, was die jetzt tun, aber die sind einmal jetzt einmal... Die müssen jetzt intern einmal klären, was da schiefgelaufen ist. Natürlich geben es den Datenlosen die Schuld, aber... Also ich kenne den IT-Leiter, die haben schade, also die Datenlosen haben ständig die Projektleitung gewechselt, die Techniker vor Ort waren da neu, also die, die mit Fluktuationsproblemen zu kämpfen haben und jetzt haben die immer wieder von Form begonnen mit dem Projekt. Und die Vorarlberger haben nämlich in ihrer Ausschreibung genau diese Erkenntnisse und Erfahrungen gleich in der ersten Stufe drin gehabt, wo man konkret Personen nennen muss, die technische Projektleitung und Prozessleitung haben. Und man zahlt dort Strafe, wenn man den wechseln will. Also das ist ganz wichtig in dieser Ausschreibung, es fällt gleich auf als ersten Punkt, dass da wichtige Schlüsselfunktionen im Projekt, die müssen bekannt sein, da müssen die Referenzen genannt werden. das war ganz wichtig in der ersten Phase dieser Ausschreibung. Da sind von elf Anbietern nur vier in die zweite Phase gekommen. Aber die starten jetzt erst mit der Implementierung und da sind wir schon gespannt, wie es denen geht, weil ich kenne das Ganze eher aus der Baubranche, nicht weil ich aus der Baubranche komme, aber wir bauen auch, Gebäude bauen für die Lehre und in der Baubranche ist das üblich, leider Gottes, dass man bei so Ausschreibungen mal Punkte sammelt und man liefert alles, du musst dir alles liefern, dann kriegst du die höchsten Punkte mit dem Preis, du kannst da nicht drauf fahren und dann ist ja in der Ausschreibung ganz genau definiert, wofür man wie viel Strafe zahlen muss. Das wird vorher kalkuliert und dann wird das geliefert, was leicht zu liefern ist und für den Rest zahlt man Straf und dann macht man immer noch Gewinne und so läuft das und die Datenlotsen haben das genau so gemacht und die Vorarlberg befürchte ich, werden das gleiche Schicksal erleiden, weil die, die was gewonnen haben, haben in diesem Feature-Katalog 100% angekreuzt. Du meinst, das ist an sich schon unrealistisch? Das gibt es nicht. Da ist zum Beispiel dabei die österreichische BIS-Meldung, das ist die Datenmeldung ins Ministerium. Die haben noch nie in Österreich das System eingesetzt. Wie sollen die die haben? Die müssen sich entwickeln und wenn sie es nicht tun, darf es sein, das ist günstiger. Interessanter Vergleich zwischen Bauwirtschaft und Software. Ja, so läuft das. Das ist das Problem, das Systemproblem der Ausschreibung. Der Auftraggeber will sich irgendwie in Sicherheit wiegen. Da ist eine Rechtsanwaltskanzlei dabei und dann wird das natürlich, du kannst dann Nuller oder zwei Nuller hinten dranhängen, was das dann kostet, weil du nur den Oberheld bezahlst. Und du bist zwar dann abgesichert irgendwie mit Penale etc., aber was hast du zum Schluss? Fünf Jahre vergeudet, Geld ist trotzdem weg, ein bisschen was kriegst du zurück. Wenn es irgendwie gut geht, okay, dann kann man es immer. Aber ich sehe da den allgemeinen, jetzt komme ich zum Schluss wieder zurück auf den freien Softwaregedanken, halt schade und schwachstelle bei vielen IT-Leitern, die einfach nicht die Verantwortung übernehmen wollen und dann über so eine Ausschreibung und dann kaufen sie lieber das Teuerste, bevor sie selber irgendwas riskieren, weil dann können sie sagen, wir haben eh den Industriestandard, dann nehmen wir halt Oracle und dann nehmen wir Microsoft und durch die Bank sind die alle so gestrickt. Jeder schaut nur, dass sein Arbeitsplatz gesichert ist. Formal kann man einem nicht an, er hat eh das alles formal korrekt und wird den Rechtsanwalt begleitet und der will ja nie, in Vorarlberg war genau die Entscheidung. Der IT-Leiter hat sich nicht entscheiden getraut und der Geschäftsführer auch nicht und dann haben sie Ausschreibung gemacht. Ja, ne, ums gleich. Das sind alles Steuergelder und darum. Also ich finde es doppelt schade, erstens, weil die freie Software dann nichts im Zug kommt und zweitens, weil es einen Aufklick kostet, dass es ja steigert. Und weil auch dann die Institution als solche, die Schule nichts über freie Software lernt. Weil ich nehme an, bei euch jetzt ist zumindest in der Verwaltung ein Wissen da, ihr menagt ihr ein freies Softwareprojekt jetzt. Und ich denke, das wird ja irgendwann dann auch Bezug haben zur Lehre. Zumindest hat es ja, wenn ihr jetzt schon sagt, dass eure Studenten das testen, dann kommen die ja zwangsläufig mit einem freien Softwareprojekt in Berührung. Ihr bildet sozusagen als Institution ein bisschen Skills aus in die Richtung. Also vor allem in der Informatik, die haben dann in die Übungen, wenn sie zum Beispiel Webapplikationen bauen, dann verwenden sie PHP, Apache und so weiter. Also die würden jetzt nicht in der Übung mit dort nicht, die lernen schon dort nicht, aber nicht in diesem Webapplikationsbereich. Also da sind wir schon durch FH Complete ein bisschen ein Vorbildgedanke. Und was uns schon sehr hilft, ist eben, dass da mehrere Hochschulen dabei sind, weil das ja intern jetzt auch diese positive Stimmung, aha, das funktioniert, weil andere FHs setzen das auch ein. Sonst wüssten wahrscheinlich unsere Administratoren, also nicht IT-Administratoren, sondern Studiengangs-Administratoren gar nicht, dass das FH Complete-Freie-Software ist. Weil da können man nur hundertmal frei draufschreiben, wenn nur wir das nutzen. Also das ist 20 Minuten zu sein. Das ist cool. Du hast gesagt, du suchst, du hast derzeit auch Stellen gesucht, hast... Ja, wir suchen dringendst... Also wir als FH Technik. FH Technik. Ja. Wir suchen dringendst Linux-Server-Administratoren. Also nicht. Konkret sind es zwei, wir brauchen einen Junior und einen Senior. Wir haben zwar für den Junior ein paar Bewerber, eigentlich ist es nur einer, der irgendwie das Formale erfüllt, aber im Senior-Bereich, also irgendwer mit Erfahrung, haben wir überhaupt noch keinen Bewerb. Also der Markt dürfte momentan sehr dünn sein oder unsere Ausschreibung ist nicht angekommen. Vielleicht hat es einfach niemand gelesen. Das Gehalt ist so mies, dass es keiner kann. Wenn man sich dafür interessiert, findet man das auf der Homepage von FH Technikum oder? Ich hoffe, das weiß ich gar nicht. Nein, also die Ausschreibung geht immer über so ein, also auf der Homepage wird es sicher drauf sein, das ist so eine Briefkastenfirma, die das in mehrere... Schön. Ja. Ich heiße so. Also das ist nicht so eine Briefkastenfirma, wie man es im Geldwäsche-Dings die heißen, das hat irgendwas mit Briefkastenfirma. Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Aber die kümmern sich dann darum, da sind diverse Zeitschriften und so, dass das ausgeschrieben wird. Genau, da sage ich mir, wenn... Bitte melden. Also wichtig war Linux-Erfahrung im Server-Bereich und Freude mit freier Software. Na schau, das ist doch genau. Das war wichtig. Also schon der Gedanke mitgetragen wird. Cool. Okay, super. Und den Kernel-Source-Kot sollte man halt auswendig kommen. Das heißt, du hältst uns auch weiter am Laufenden. Es darf auch Free-PSD auch sein. Genau. Es darf Free-PSD auch sein. Den Kernel-Kot auswendig. Und es kann auch der Hut sein. Also unbedingt der Hut sein muss dann. Passt. Okay. Stefan, bevor du einschlafst, du hast ganz viel zum Erzählen gehabt, hast du gesagt. Dann hänge ich mich an dein PostgreSQL auf, nachdem ich das ja auch verwende für mein Panoptikum und ich letztens ein bisschen zuhause mit der Volltext-Suche gehabt habe. Also am Anfang habe ich einfach nur Select-Queries geschrieben mit iLike und so weiter. Das war nicht so ganz das Wahre, weil man erwartet heutzutage bei einer Suchmaschine, wenn man mehrere Begriffe eingibt, das dann zunächst einmal gesucht wird nach einer Unverknüpfung all der Begriffe und wenn das nicht zum Ziel führt, dann halt einzelne Begriffe weglassen, also so ein gemischtes Unverknüpfung. Wie heißt das, worüber du jetzt erzählst? Volltextsuche. 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 Oder Suchmaschine im Prinzip ist es gleich. Auf jeden Fall, also am Anfang habe ich das so ein bisschen selber gestrickt und bin relativ schnell am Ende meines Know-hows gelandet und dann liest man ein bisschen in der Doku nach, PostgresQL kann Volltextsuche. Juhu. Also habe ich gelernt, bitte? Ja, bin ich nahgeregt. Habe ich gelernt, was der Volltextsucheindex kann und so weiter, also man kann Indizes dazu anlegen und das erste Dilemma, zu dem ich gestoßen bin ist, also das gibt einem dann zum Beispiel so Features, wenn du hinschreibst, ich suche nach Max und Moritz, dann erkennt die Suchmaschine, dass das Wort und ein nicht relevantes Wort wirklich ist, ein sogenanntes Stop-Word und das wird dann ignoriert, wenn der deutschen Sprache kommt quasi überall um vor und darum sucht man gar nicht nach dem. So wie Artikel, der die hat. Genau, also solche Stop-Words zum Beispiel lässt man aus und das bedingt aber implizit, dass die Suchmaschine weiß, in welcher Sprache gesucht wird. Ah ja. Das Problem bei meiner Datenbank ist, dass da aber Podcasts drinnen sind in allen möglichen Sprachen und ich bei vielen von den Podcasts nicht einmal weiß, in welcher Sprache die sind, weil es im Feed nicht deklariert ist. Manchmal ist die wichtig und manchmal nicht. Genau, weil manchmal heißt es im Englischen die und nicht, dann ist das ganz was anderes. Also hatte ich das Problem da mit der Suche und diese Postcase Volltext-Suche, Indizes sind sprachspezifisch oder mit anderen Worten, das Konzept ist für mich nicht brauchbar. aber Postcase unterstützt noch etwas anderes, das heißt Trigram-Indizes. Da indiziert man nicht sozusagen nach Worten wie beim Lexikon und sucht da drinnen nach, sondern man indiziert drei Zeichenkombinationen, also immer drei Zeichen von jedem Wort werden genommen und immer ein Stück weiter und ein Stück weiter und für jede dieser drei Zeichenkombinationen wird ein Indexeintrag angelegt und auf die Art und Weise kann man auch Suchen deklarieren. Funktioniert auch alles recht hübsch, solange man auf die Idee kommt nur nach oder mit oder Verknüpfung zu suchen, dann funktionieren die Indizes super, wenn man aber mit und das suchen will, dann ist man da auch am Ende der Veranstaltung. Das heißt, die Trigram-Indizes waren einmal, solange die User nicht von mir verlangt haben, dass man mit und verknüpfte Begriffe auch suchen kann, super, sauschnell. Ja, aber das ist glaube ich das, was man am liebsten haben will. Aber das ist das, was man am liebsten haben will. Dann habe ich da kurz drüber nachgedacht, ob ich das selber implementieren will und dann dachte ich, na, jetzt machen wir es halt doch gescheit. Also ursprünglich war die Idee, ich wollte eben nicht von dem Postklass weggehen, ich wollte eben, so ähnlich wie du das formuliert hast, super, dass man im Tool bleiben kann und man nagelt sich zwar auf Postklässe fest, aber man braucht nicht ein extra Tool. Aber ich habe eben für mich relativ schnell gesehen, mit dem Postklass komme ich nicht weiter, ich habe mir die Doku noch einmal reingezogen, ich verwende es weiterhin als Datenbank, aber nicht für die Volltextsuche und habe evaluiert andere Möglichkeiten, also ganz konkret mit Suchmaschinen. Und im Prinzip bin ich über vier drüber gegangen und alle vier sind freundlicherweise Open-Source-Projekte. Das eine ist relativ alte, mittelmäßig bekannte Geschichte, das ist Solar, geschrieben S-O-L-R, basiert auf einer Suchmaschine namens Lusin, beides sind Apache-Projekte und das ist so das, wenn man in Wikipedia was sucht, warum dann was schnell gefunden wird, das ist Solar, also das dahinter als Suchmaschine dahinter. Oder wenn man sowas selber installiert, als Media-Wiki installiert man meistens eine Solar-Suchmaschine dahinter. Eigentlich coole Geschichte, nur ein bisschen eine sperrige Sprache, diese ganze Geschichte. Ich habe es schon einmal verwendet, also so für Wikipedia, also Media-Wiki und so, funktioniert ganz super, aber so zum Serverprogrammieren, so wirklich hübsch ist das Ding eigentlich nicht. Wie funktioniert sowas grundsätzlich, so eine Suchmaschine? Man nimmt sich alle Dokumente her, also bei mir wären das eben die Datenbank-Einträge und schickt die an diese Suchmaschine und sagt, das soll es wissen und wenn gesucht wird, dann finde ich eben die richtigen Sachen und liefere mir die Daten zurück, dass ich dann eventuell die Daten, wie das der Datenbank anreichen kann. Also man schickt nur das in so eine Suchmaschine hinein, wo auch wirklich gesucht werden soll und nicht alle beliebigen Fälle. Im Prinzip ist das auch schon ein Indizieren. Das ist auch schon ein Vorwegnehmen der Indexstruktur in letzter Konsumenz. Die Seite, was ich mir angeschaut habe, ist Elasticsearch. Das ist ein bisschen ein Hipster-Projekt oder Produkt. Das kennen relativ viele Leute, weil es halt jetzt in vielen neuen Sachen zugrunde liegt. Die wenigsten wissen, dass das auch auf Lusin basiert als Suchmaschine. Die verwenden also eigentlich den gleichen Suchkern drunter. Sie haben da eine hübschere Abfragesprache sozusagen oben drauf gebaut und dann rundherum die Firma Elastic, das ist die Firma, die das entwickelt, rundherum eine ganze Menge Tools zum grafischen Auswerten oder zum Einlesen von Logfiles. Also Logstash ist das zum Einlesen von den Logfiles. Kibana ist das für die hübschen grafischen Auswertinterfaces, fürs Reporting hinten auch. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal verwendet gehabt, Elasticsearch. Und eigentlich war ich nicht so ganz glücklich damit zufrieden, aber ich habe zumindest ein Vorrang gehabt und so, dass man ein Gefühl hat für die Abfragesprache, das sind so JSON-Strukturen, die man da hinschickt und man kriegt JSON-Strukturen zurück. Also etwas, was menschenlesbares ist, menschenlesbares ist, das heißt, es ist auf die Art und Weise relativ leicht zu debuggen. Und das, die nächste, die man angeschaut hat, ist Phinx, also nicht ob ihr das als Suchmaschine kennt. Das, was ich bisher gesagt habe, das war alles in Java geschrieben. Das heißt, das ist zwar so quasi vorkompiniert, nicht im Byte-Code, aber nichtsdestotrotz ist es halt Byte-Code und es ist nicht C. Sphinx ist in C geschrieben. Das ist einmal ein schönes Argument, was die Geschwindigkeit angeht. Das zweite schöne Argument für Sphinx ist, Sphinx hat auch, versteht was von dem Konzept einer Datenbank. Also du kannst Sphinx sagen, indiziere meine Datenbank, MySQL sowieso, dort die Tabellen sowieso und tue das einfach. Also nicht, ich schicke aus meiner Applikation die Daten von meiner Datenbank in die Suchmaschine, sondern die Suchmaschine holt sich alle Daten, nachdem ich einmal deklariert habe, was sie sich regelmäßig holen soll und kümmert sich darum selber. Regelmäßig, das heißt, Updates müsst ihr selber erkennen können. Ja, und zwar funktioniert das auch deswegen, weil MySQL sowas kann. Also das klingt das auch vom Konzept her. Das habe ich auch dabei gelernt, MySQL, der MySQL Agent, den man hat, oder der Client, der spricht nicht nur SQL quasi und schickt SQL-Daten, sondern das ist ein relativ generisches Format, was alles Mögliche tun kann, unter anderem eben auch Sphinx-Datenbanken befüllen. Also auf die Art und Weise über dieses Protokoll wird dann im Hintergrund auch das mit benachrichtigt, dass sie das die Daten holen soll. Also man muss im Endeffekt das nur einmal konfigurieren und das hält sich dann sozusagen synchron. Aber nur mit MySQL. Nur mit MySQL. Aber eigentlich auch mit Postgres, aber dann ist es ein binäres Protokoll, das ja dokumentiert ist, dass ich aber eigentlich keine wirkliche Lust hatte zu lesen und zu lernen. Also ist es nicht so schwierig. Ja, aber ich hatte keine Lust dazu, weil... Okay. Ich habe mich nämlich schon mit beschäftigt. Noch dazu gibt es eigentlich ganz neu in der letzten Fassung auch ein REST-Interface, wo man das Ganze eben durch HTTP-Requests machen kann. Da ist es aber allerdings zur Zeit im Status-Work, im Progress und Proof. Postgres oder... Eigentlich egal für was. Sphinx. Für Sphinx. Also ein REST-Interface für Sphinx. REST-Interface für Sphinx und das könnte sich dann über das wieder die Daten von Postgres anzuholen. Postgres hat ja auch die X-Logs, das wäre am gescheitesten überhaupt, dann bräuchte er nur die zu importieren, die neu sind. Ich wüsste, das ging ja auch, aber ja, es gibt... Im Prinzip könnte ich sie auch aus der Datenbank befüllen, das wäre gar nicht so tragisch. getriggert hat daran, eigentlich war die Geschichte C und sau schnell heißt die ganze Sache. Aber nichtsdestotrotz wäre es wieder eine komplett neue Erfahrung, weil von Sphinx habe ich halt gelesen und recherchiert und das hat einen guten Ruf und den Suchmaschinen-Indizes, also das gibt es sowas wie Charts für Suchmaschinen über Jahre, so wie es den Thiobil-Sprachenindex gibt, gibt es auch solche Charts für Suchmaschinen und da sind die alle relativ weit oben miteinander. Also das ist schon seriöses Zeug. Und ja, jetzt da mit C anfangen, ne, und da eigentlich will ich ja im Tool bleiben und mein Tool ist ja eigentlich meine Programmiersprache und meine Runtime-Environment und so weiter und das ist ja Elixir und dann die Erlang-Verture-Maschine, gibt es eine Dauer-Suchmaschine dafür und prompt habe ich eine Suchmaschine da drinnen auch gefunden, die heißt Search-Ex, die hat jemand begonnen im Februar zu entwickeln, die ist in einem so rudimentären Stadium, die hat bei mir nicht einmal zum Installieren gebracht, in der Version, die gerade auf GitHub aktuell ist, das wäre das Coolste, weil dann hätte ich es sozusagen ganz drinnen in meiner Prozessarchitektur, aber leider noch nicht einmal installierbar. Verwendet die dann Amnesia? Ja, genau. Nein, die würde das glaube ich In-Memory halten. Achso, In-Memory? Den Index und die Dokumente würde es als Text-Files ablegen im File-System. Oh, okay. Es schaut alles sehr vielversprechend aus und sehr schnell aus, aber es ist Alpha-Software. Also die Dateien sollten dann komprimiert werden, wenn es schon Stacked-Dateien sind? Das ist nicht so groß. Stefan, was war dann die Konklusion? Also wo ist das Ganze hingekommen? Elasticsearch, das habe ich innerhalb von drei Stunden installiert. Ja, ja, wir wussten es schon, aber ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass er zu... Ich habe jetzt auch kurz geglaubt, er ist ein Sphinx. Ja, ja, es ist doch Elasticsearch. Ich habe, glaube ich, recherchiert, habe ich, glaube ich, 15 Stunden und dann habe ich drei Stunden verwendet, Elasticsearch zu installieren, zu konfigurieren und es rennt. Deshalb schaust du jetzt so zufrieden? Genau. Ich bin nicht zufrieden mit der Antwort. So, als jetzt anschauen, auf Panoptikum im Suchfeld was eingeben und schauen, wie das... Das ist Volltext. Das ist Volltext so bedeutet und jeder, der sich bisher angeschaut hat, hat gesagt, boah, ist das schnell. Die eigentliche Suchmaschine ist belastet zur Zeit zwischen 5 und 8 Millisekunden, liefert in denen 5 bis 8 Millisekunden die Anzahl der Suchergebnisse und die ersten 10 Suchergebnisse. Die werden dann noch ein bisschen angereichert, weil ich noch zusätzliche Daten darstelle, also zum Beispiel bei Podcastern, wenn ich das Bildchen dazu habe, dann hole ich mal noch das Bildchen dazu und so weiter. Und auf die Art und Weise kann ich es ausliefern, also Serverlast habe ich um die 50 Millisekunden pro Suchrequest. Und das ist auch ein schöner Unterschied jetzt einer dedizierten Suchmaschine wie all die da sind, die ich genannt habe, im Vergleich zu einem Postgres. Wenn ich beim Postgres blättere auf spätere Seiten, nicht auf die unmittelbar folgende Seite, die könnte ich sofort kriegen, aber wenn ich auf Seite 714 im Suchergebnis direkt hingehen will, dann muss er sozusagen im Index durchrattern, bis er dort hinkommt bei dem 714er. Er muss zwar nicht auf der Datenbank durch alle Einträge, aber im Index durchrattern. Und das ist eben das Schicke, das machen müssen diese Suchmaschinen nicht. Warum auch immer. Es ist so implementiert, dass jeder Zugriff auf jede Suchergebnisseite ident gleich schnell ist. Das ist interessant. Und das ist echt beeindruckend. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also das Paging, wie man sagt, das Weiterblättern, das kann man bei Google auch beobachten, da kann man ja auch auf spätere Seiten, egal auf welcher Seite du trittest, das ist immer gleich schnell. Eine Frage, ist das bei Nauticum nicht so gedacht, dass falls du jemals Transkripts auch verwaltest, also volle Mitschriften von einem Podcast, könnte deine Volltext-Elastic-Search-Suchmaschine die dann finden? Siehst du, die spannende Sache ist, momentan habe ich ja keine Transkripts. Und wie kann man das dann erweitern? Da ist diese Idee dahinter oder das Konzept dahinter, dass man Dokumente hat, die man an die Suchmaschine schickt. Das mache ich jetzt auch. Ein Podcast hat zurzeit einen Titel, einen Untertitel, was auch immer du jetzt als Attribute hast und irgendwann einmal würde dann der Podcast in der Datenbank ein zusätzliches Feld kriegen. Transkript und dieses zusätzliche Feld müsste ich dann halt noch einmal in den Index dazustellen. Also ich müsste jedes Dokument, das im Index ist, noch um dieses Transkript erweitern und ab dem Zeitpunkt würde es dann das auch in die Suche mit einbeziehen und du kannst in der Suche dann auch noch definieren. Momentan ist es wurscht, wo ein Suchbegriff vorkommt, so dass alle sind gleich wichtig. Es hängt eher davon ab, wie oft ein Ding vorkommt. Aber man könnte dann später zum Beispiel sagen, Transkript ist nicht so wichtig wie Shownotes, weil Shownotes ist eher das Kondensierte. Also du kannst zur Suchmaschine dann auch tunen, was sind die wichtigen Fälle und was nicht. Eine Frage, wenn du es hinschickst, hat dann jedes Dokument, was du hinschickst, dann einen Bezeichner fixen, so dass du zum Beispiel ein Dokument auch ersetzen kannst und sagen kannst, okay. Ja, und zwar ist das ein Restinterface und im Restinterface hast du zuerst einmal auf oberster Ebene sozusagen den, ich glaube, es heißt Suchindex, da drinnen hast du dann noch einmal einen Begriff, da könntest du zum Beispiel die Tabelle reinschreiben und dann hast du noch die ID von dem Objekt und das zusammen ergibt den String und das ist dann der Unique Identifier auf das Dokument, das du da drinnen indizierst und das kannst löschen und editieren. Wunderbar. Also fassen wir zusammen, Stefan, du verwendest Elasticsearch und dein Panoptikum ist jetzt Volltext suchfähig. Und das Elasticsearch war leibernd, weil das hat dann auch funktioniert. Ja, und jetzt bin ich halt wirklich auf Abfragen von 50 Millisekunden und vorher war ich zählt erst auf 2-3 Sekunden und so. Ich kann es nicht lassen, falls irgendjemand so fad ist im Leben, also ich hätte schon gerne eine Armee von Leuten, die Transkripte für Biertaucher Podcast, ja, also wir haben von Google können wir diese Auto-Mitschrift, dieses Feature-Text, nicht Google, nein, es ist ein anderer Service, er ist verknüpft mit dem Ophonic, aber das hast du dir jeb schon mal angeschaut, das ist halt sehr, also für, ich versuche halt zu raten auf den Soundfetzen, was wir da sagen. Ein paar Jahre noch, deswegen. Also sagen wir mal so, viele Wörter stimmen nicht, man kann zumindest es noch lesen, man weiß, was er meint. Sagen wir dir, die selbstlaute Stimme zum Teil, nicht selbstlaute Stimme. Also, es sind wirklich komplette Wörter, die Stimme. Also es ist, ja, es ist schon beeindruckend, wie gut die Technik ist, aber brauchbar ist es noch nicht. Und für eine Volltextsuche wäre es ganz witzig, aber mehr auch nicht. Naja. Du fertig, du hattest doch noch ein Thema. Du fertig. Ich mache viele Themen. Sag nur, welches machst du als nächstes? Als nächstes N55. Das ist doch irgendwie ein Vollfühlthema gewesen, oder? Das sind Wohlfühlthema. Okay, dann machen wir noch ein bisschen tächig. Du hast doch ein kleines Display, Dennis, oder? Ja, ich habe... Spreche in Kürze über dein kleines Display. Ich wollte eigentlich in Länge. Es besteht nämlich aus zwei Themen. Also, ich habe mir gedacht, ich will ein kleines Display haben, damit ich das Ding für den Drucker-Server verwenden kann. Also, ich sage gerne... Du redest jetzt von einem Display für das Raspberry Pi Mikrocomputer-Line. Genau. Also, ich wollte sozusagen ein Display haben, wo ich mit sagen kann, scannen und vielleicht im Denken noch... Also, ein Touch-Display. Richtig, genau. Ein Touch war mir wichtig, damit ich auch keine Tastatur brauche, weil dann... Okay, und was soll... Warum frage ich überhaupt? Was soll dein Raspberry Pi tun mit dem Display, also den Drucker steuern? Den Scanner hauptsächlich in diesem Fall, damit ich sage... Hat der Scanner nicht einen Scan-Knopf, auf den du drücken könntest? Musst du dazu einen Raspberry betreiben? Da müsste ich am Rechner die ganze Zeit dran angeschlossen haben und dergleichen und... Der Scanner kann nicht ohne Computer arbeiten? Doch, könnte er schon, aber nur mit der Cloud und wer möchte das schon? Ah, okay. Du musst den Raspberry am Scanner hängen. Umgekehrt, ich habe den Drucker am Raspberry Pi hängen. Ich habe da nur Scanner. Raspberry Pi. Ja, das ist ein Drucker mit eingebauten Scanner. Ja, also ich kann da oben einen Einzug... Scanner kopieren. Ja, also ein Einzug ist dran und kann direkt viele Seiten scannen, allerdings der Scanner ist nicht duplexfähig, aber ja, okay, der Drucker schon. Aber ja, okay, ich möchte dann sagen können, jetzt scannen wir alle Blätter ein und je nachdem sagen, dass ich anschließend auch noch die andersrum das einscannen kann, also ein bisschen mehr. Der Raspberry Pi kann auch per Netzwerk angesprochen werden, jetzt schon zum Scannen und Drucken, aber ich möchte nicht in meinen Rechner gehen, weil vielleicht habe ich gerade keinen an, also möchte ich einen Knopf drücken können. Dafür habe ich mir gedacht, okay, nehme ich ein Display. Und nur damit ich es wirklich kapiere, dein All-in-One-Drucker hat diese Funktionalität, sendet die Daten dann aber in eine Cloud, die du nicht magst. Richtig. Bis auf Duplex-Scannen, das könnte ich ihm auch nicht irgendwie beibringen, weil er es nicht kann, aber mit einem Raspberry Pi kann man sozusagen das Ganze simulieren, indem ich einmal die Blätter einlege, dann scannt er alle ein und dann drehe ich die Seite sozusagen um und scanne die anderen Seiten und er macht daraus ein fix und fertiges PDF in der richtigen Reihenfolge. So die Idee. Das mit Scannen funktioniert auch schon. Ich kann das halt nur derzeit nur über das Netz wegmachen. Eben dieses Display, worum es geht, soll mir das Ganze ein bisschen vereinfachen und ich habe mich nicht wirklich informiert, habe gesagt, ich möchte ein Ding haben, was ungefähr so groß ist wie ein Raspberry Pi. Bin in den Laden reingegangen und wurde mir dann eins empfohlen, das sehr günstig war. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ein bisschen sehr günstig. Das von einem Konkurrenten wäre teuer gewesen und dafür hätte es ein Gehäuse gegeben. Ja, ich habe mich für das günstigste... Ich sage einmal, das Ding kostet unter 20 Euro und ist halb so groß wie dein Handy. Kann das sein? Ne, es kostet unter 30 Euro nur. Unter 30 Euro und ist ein bisschen kleiner als das Smartphone, ne? Es ist so groß wie der Raspberry Pi selbst. Also so direkt ein Schachtel kostet. 3,5 Zoll. Das Ding kann man draufstecken auf diese Steckleiste vom Pi und verwendet aber nur die Hälfte dieser Steckleiste. Die anderen Pins sind prinzipiell frei, wenn dann nicht das Display oben drüber wäre. Wo kommt der Strom her? Vom Pi. Von diesen Pins? Ja, von den Pins bekommt er den Saft und auch das Signal. Dafür muss man eine Software installieren. Und da fing es jetzt an. Wo ist die Software? Und was für eine Software? LSPCI funktioniert nicht, LSUSB funktioniert nicht. Wie finde ich das jetzt heraus? Und die Bezeichnung, da ist auch kein Hilfszettel oder sonst was dabei gewesen, kam mir schon sehr komisch vor. Zumindest es leuchtete weiß, als ich draufgesteckt habe. Das heißt also, aha, es bekommt Saft, es schaltet sich ein, aber nichts funktioniert. Ja, ich bin irgendwann über bestimmte Bezeichnungen draufgekommen, dass es einen Hersteller gibt für solche Displays, aber nicht der Hersteller, stehen mir auch kein Hersteller drauf, die ganz unten dick und fett eine Warnung haben vor gefälschten Produkten. Nein. Ja. Ein chinesischer Hersteller hat unten dick und fett stehen, dass ihre Produkte gefälscht wird. Und es wird aber nicht unter deren Namen produziert, sondern unter einem ganz anderen Namen. Man findet die Software nicht und jetzt kommt es, aber deren Software funktioniert. Das heißt, das Ding ist baugleit. Sie haben es kompatibel gebaut. Sie haben es kompatibel gebaut. Selbe Größe, selbe Auflösung, selbe Software, selbe Chips. Und man findet es nur dann im Prinzip auf diese Art und Weise heraus, weil irgendwann stößt du auf die Seite. Ja, die Software installieren grauslich. Also dieser chinesische Hersteller, der davor warnt, dass man gefälschte Produkte auf dem Markt finden kann, hat eine fürchterliche Software. Also irgendwie kommt mir das auch sehr komisch vor. Und sie waren davor, dass die Hardware nicht getestet ist. Direkt als Beruhigung für mich war es, das Ding hat funktioniert mit deren Software. Ich konnte den X-Server starten, ich konnte das Ding benutzen. Touchscreen funktioniert mit dem Stift und auch mit dem Finger. Aber ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, aber du betreibst jetzt ständig, wenn du den Scanner betreibst oder den Drucker betreibst, du auch ständig den Raspberry. Ja, das ist immer an. Damit hat er deinen Einschaltknopf beleuchtet. Das ist so provokant. Den Einschaltknopf beleuchtet. Das Ding ist gleichzeitig und die Lautversorgung den Einschaltknopf vom Drucker ignorierst du. Ja, also für mich gibt es nur den Einschaltknopf und einen und Ausschaltknopf vom Drucker, aber die ganze Bedienung mache ich über dieses Display und ich muss dafür erst die Software entwickeln. Also wird mit Coupes passieren. Aber das ist noch ein Projekt. Ja. Zumindest kann ich jetzt schon, wenn ich einen Rechner an habe, kann ich diesen Raspberry Pi sagen, er soll jetzt drucken über Coupes. Und ich kann aber auch schon scannen. Du kannst ja praktisch das Duplex-Scan machen mit einmal Papier. umdrehen. Ja. Also das ist ein Netzwerkdrucker und Scanner. Jetzt schon. Ohne Webinterface, weil Sane muss ich sagen, ist dafür sehr praktisch. Man kann, das Ding ist nämlich netzwerkfähig. Auch von Windows. Achso, du hast aus einem Roll-in-Wong-Gerät Netzwerkfähigkeit gemacht. Ja, dieser Drucker ist schon netzwerkfähig. Das Ding hat sogar WLAN. Aber ich will das alles nicht verwenden. Ich habe nur das Ding am Raspberry Pi per USB angeschlossen und der Pi übernimmt. Jetzt hört mich alles. Kann der Scanner eigentlich auch auf dem USB-Stick scannen? Ich glaube nicht, aber von SD-Karte und USB-Druck im Kamer. 299 Cent. Wieso? Aber ja, das ist spannend. Hast du jetzt schon eine chinesisch-sprachige Bedienungsanleitung durchgelesen? Es gab ja keine. Nicht einmal auf der vom anderen Hersteller? Dort gibt es eine englisch-sprachige. Oh, not done. Wenn es nur chinesisch-sprachige gegeben hätte, hätte ich dir bei Panoptikum empfohlen, haben wir jetzt auch sehr viele chinesische Lern-Podcasts dabei. Oh, also ich glaube, da bin ich nicht wirklich unter. Ich werde jetzt so ein Achterl auf das trinken, glaube ich. Möchtest du es noch trinken? Auf diesen Display. Ach so, wirklich? Das ist ein Achterl, ja. Dann würde man es bestellen. Ach so, so ein Display. Ja, ich empfehle dir vielleicht das Original-Gerät oder so zu bestellen. Ich kann auch nicht sagen, von welchem Hersteller ich sage, das solltet ihr nicht kaufen, weil kein Hersteller draufsteht. Der Original-Hersteller habe ich jetzt vergessen, den müsste ich nochmal nachschlagen. Aber ich kann es einfach mal in die Show Notes reinschreiben. Das wäre ich nicht. Okay. Hat noch jemand das Echt-Thema? Sonst würde ich zum nicht-technischen Teil übergehen. Du schaust schon so fertig. Machen wir den nicht-technischen. Machen wir den nicht-technischen. Bitte, Stefan, du hast einen nicht-technischen schöner Leben-Teil Du hast einmal erzählt uns über Traktoren. Ich habe euch über Traktoren erzählt. Das ist technisch, oder? Nein, das ist nicht-technisch. Solange es nicht Computer ist, ist es nicht so. Nämlich über einen Menschen, der Baupläne zur Verfügung gestellt hat, wie man einen Traktor Ja, das ist Open Source Ecology. War das ein Dänen? Nein. Nein, das war ein Pole, der nach in den USA Ah, dann ist das eine andere Geschichte. Ich habe mir gedacht, ob ich jetzt nur von der umgebenden Geschichte dazu erzähle. Und zwar? Ich bin durch den 14. Bezirk gegangen und bin bei einem Lastenrad vorbeigekommen, das ich sehr witzig designt gefunden habe, weil es im Prinzip aus Alu-Vierkantrohren gebaut war, was ein gewisses Stilelement irgendwie ist. Und das ist so dieses Konzept von diesen Babos und so. Da hat man vorne eine große Kiste, links und rechts ein Rad davon und dann hinten und dann hinten hat man einen Sattel und ein Rad nur. Also es ist ein Dreirad mit zwei Rädern vorne und ein Rad hinten. Vorne große Kiste aus Alu-Vierkantprofilen und die Wände aus Plexiglas. Also so wie irgendwie schon aus Scheibtruhe und Fahrrad. Ich hätte eher irgendwie... Ja, also das von der Bauform ja und ich hätte noch gesagt, irgendwie ist es so ein bisschen wie Lego durch diese Stangen irgendwie so schön eckig aus. So eckig und so irgendwie Modulbauweise. Ich habe noch so andere Technik-Spülkästen als Kinder auch gehabt mit so langen Metallstangen und so. Mit ganz viel Schrauben. Nein, Matador ist alles Holz. Aber ich habe was mit ganz viel Metall... Merklin? Ja, das kann sein, dass das Merklin war. Mit so Schrauben. Und das ist eben auch die ganzen Aluprofile mit Schrauben. Und eigentlich habe ich das ziemlich cool gefunden und wollte recherchieren, was das ist. Habe es aber vergessen, was da draufgestanden ist bei dem Rad. So gesehen ist das vor zwei, drei Wochen wieder in verschollen. Einheit geraten. Und ich war aber auch bei der Rad... Ach, du warst auch da? Ja. Bei der Bike City Wien. Bike City am Rad. Ah, danke. Wie ist das? Wir sind mitgefahren beim Lastenrad-Kurs. Der war auch sehr nett. Wir haben gleich am Sonntag war 10.000 Leute immer quer durch die Stadt gezogelt. Also das war sozusagen ein critical mass für Fortgeschrittenen. Nachdem es 10.000 Leute... Entschuldigung, aber was ist das übergreifende Thema deiner Erzählung? Dieses Lastenrad. Lastenrad, okay, ja. Zu dem komme ich nämlich gleich wieder, weil dieses Lastenrad habe ich dann, nachdem wir bei dem Corso durch die Stadt mitgefahren sind, dort wieder gesehen bei dieser Messe. Dank seiner Antistromlinien-förmigen Design... Weil es total aufhört. Es schaut ganz anders aus als alles andere und es ist total... Also wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man, dass es ein bisschen... Ein bisschen verliebt, ja. Muss man schon sagen, ja. Da dran waren dann auch Zettern drauf und zwar Hausrat-AT. Ich bin käuflich. Ja, ja, ja. Hausrat. Hausrat. Also so wie Haus und Rad. Okay. Und wenn man dann auf die Webseite dazu geht, dann findet man, dass das eine einzelne Person ist, die dieses Rad in gewissem Sinne verkauft, deswegen nur in gewissem Sinne, weil eigentlich bietet er an Kurse zum Bau dieses Rads. Weil diese Aluprofile zusammenschrauben, das ist so quasi ein bisschen der Ikea-Gedanke. Das kann man auch ja... Das kann ein Mensch selber machen und dazu muss eine der Ingenieur sein. Und dazu bezieht er sich auf Produkte, also er bietet nur drei Produkte an von einer Webseite, die heißt X-Ball-Z-Cycles. Also X, Y, Z und dann Cycles zusammenschreiben. Und wenn man dort drauf geht, dann findet man plötzlich nicht mehr nur drei so reckige Lastenräder, sondern im Prinzip alle Konzepte, die wir kennen von Lastenrädern, sind dort realisiert in Form von Aluprofilen. Das ist ungefähr das Konzept von deinem Rad. Der Dennis hat ja so ein Liegerad, nur ist das nicht so richtig ein Lastenrad. Wenn ihr euch Dennis Liegerad vorstellt, also das ist 1,8, vorne zwei Räder, dann liegt man zwischen den zwei Rädern. Für einen Räderjob für Leute mit Lego-Fetisch. Ja, oder Bastelfetisch und Alupetisch und eckige Profile-Fetisch. Und jetzt fehlt noch ein weiterer Spin zu unserem Podcast. Liegerad haben wir schon, aber was noch fehlt, ist Open Source. Das heißt, was wir jetzt noch gern hätten, sind, dass die Pläne davon Open Source sind. Und das sind sie nicht. Und eines dieser Modelle ist Open Source. Das wird nicht einmal verkauft. Und die anderen, die verkauft werden, werden verkauft als faire Produkte in dem Sinn, dass sie nicht als Firma damit groß Geld machen wollen, sondern dass sie es als Bausätze oder auch zusammengebaut verkaufen. Und die entstanden ist, das ist eine Firma, diese XYZ-Säcke, aber entstanden ist es aus einer Idee, einer dänischen Künstlerkollektive namens N55 und auf der Webseite von N55... N wie Nashorn. Wie Nashorn, genau. Auf der Webseite von N55.dk findet man nicht nur Baupläne für solche Lastenräder, für überhaupt alles, sondern im Prinzip Baupläne für alles, was es ungefähr in der Welt gibt. Und Lego ist ja eine dänische Firma, ursprünglich. Verschließt sich der Kreislauf? Nein, es hat mit Lego nicht wirklich was zu sein. Es ist eher Architektur, Design, so in die Richtung. Und da ist es ein sehr markanter Stil durch diese Alu-Profile. Und viele von den Sachen sind, ich sage jetzt ein bisschen bösartig akademischer Natur, also eigentlich Konzepte, die du dann nicht praktikabel machen kannst. Aber bei diesen Lastenrädern haben sie jetzt was damit zusammengebracht, was einerseits cool ausschaut. Das Zeug ist nicht drastisch schwerer als die Stahl geschweißten Dinger, weil es ja Alu ist, ist an und für sich leichter. Die Verbindung mit den Schrauben ist wieder ein bisschen schwerer. Es macht einen stabilen Eindruck, also ich bin schwer begeistert zur Zeit. Ich werde mich da in die Richtung weiter fortbiegen. Alu muss man aufpassen, das ist ziemlich Torsionssprach. Das heißt also, Torsionskräfte sind für Alu eine Tod. Also ich weiß nicht, ich hoffe, sie haben stoppelt. Ja, es ist ziemlich gut vertreten. Dann könnte es gehen. Aber wenn nur ein Starrrohr hat, das verdreht sich. Also von der Geschichte mit der Kiste vorne und dem Fahrer sagen sie, Zuladung, Lastenzuladung ist 120 Kilo plus Fahrergewicht. So ist es definiert. Und jetzt haben sie noch zwei neue Modelle rausgebracht. Das ist eines, was man auch immer wieder mal so ähnlich auf Straßen sieht. Ein Vierrad, wo man vorne liegend sitzt, so ungefähr wie bei dir, aber hinten ist eine große Ladefläche. Zuladegewicht 400 Kilo. Da passt allerdings blöderweise nur eine Euro-Palette drauf. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, weil man mit dem Fahrrad nur eine Euro-Palette transportieren kann. Darum haben sie das Konzept auch anders, weil relativ viel Platz geht ja dadurch drauf, dass du vorne liegst. Das braucht relativ viel Bodenfläche. Und darum gibt es das alternatives Konzept, dass du eine große Ladefläche hast und darauf dann oben sozusagen sitzt, wie wieder auf einem Fahrrad drauf. Damit brauchst du weniger Platz und kannst rundherum um dich mehr laden, dann geht noch mehr drauf. Man könnte auch daneben sitzen, wäre auch. Ja, es ist auch so, es ist ein bisschen von der Mitte auch versetzt. Also die haben die Ur-Dach, ein Dachträger und drauf die Euro-Palette. Die haben die urschrägen Konzepte. Schaut euch das an, die Website ist das M55.de. Und für die Liegenräder ist es XYZ-Cycles.com. XY Cycles mit Z oder mit C? Z. XY Z. Cycles. Okay. Liebe Leute, ich tue euch jetzt allen das Wort abschneiden, weil ich mich auch noch einmal redet. Okay, dann werde ich nachher nochmal über den Fahrrädern. Achso, hast du das zu dem Fahrrad? Ja, ja, ich war ja auch dort. Aber erzähl du mal, den kann man gleich zu. Na, dann mach das doch dann, passt das. Nee, nee, erzähl du. Okay, ich möchte nur schnell ankündigen, dass ich einen neuen Podcast hinausgeschossen habe. Und zwar heißt der Couchsurfer Podcast. Und das ist auch schon alles. So finden wir auf meiner Spielen-Programmieren Homepage. Wird in der Show Notes verlinkt. Ich kann es auch auswendig ansagen. Es ist spielen-programmieren.at slash en-podcast-couchsurfer. Es ist echt schade, dass noch keine Subdomains erfunden worden sind. Subdomains? Ja. Das würde... Ja, ich könnte welche machen, aber... Das wäre super praktisch. Die müsste ich mir kaufen. Nein. Nö. Mit einer Domain hast du automatisch alles. So, ich könnte mir selber eine einrechnen. Ich müsste mich nur damit auskennen. Aber ich habe es heute Nachmittag angefangen. Ich war schon ganz stolz, dass ich das zusammengebracht habe. Ich habe jetzt einfach einige Doku-Wiki-Seiten, also eine einzige Doku-Wiki-Seite dafür geopfert. Und drinnen sind, weil ich ja relativ viele Couchsurfer beherberge, aus Spaß, bin ich irgendwann draufgekommen, dass ich die genauso gut interviewen kann, wenn sie schon in meiner Küche rumsitzen. Und einige von den Interviews waren eh im Biertaucher-Podcast. Und ich habe jetzt einfach begonnen, die Interviews, die auf Englisch sind mit Couchsurfern oder Leuten, die ich halt interessant finde, zusammenzufassen zu einem Podcast. Also du hast zu Hause Couchsurfer? Ja. Ach so. Ich bin Single seit Oktober und habe dadurch zu viel Platz gehabt in der Wohnung. Und da habe ich gedacht, ha ha ha, und jetzt akzeptiere ich Couchsurfer als auch als Gastgeber. Cool. Und jetzt habe ich zwar einen Mitbewohner, aber immer noch eingegestet, sind wir frei und dort noch weiter beherbergen. Aber ich muss schon sagen, jetzt habe ich es eigentlich seit Oktober non-stop gemacht. Jetzt, ich habe immer noch Spaß dran, aber es steigen jetzt schon meine Ansprüche sehr. Also ich schreibe jetzt schon so, die schreiben so ein Request, also ob sie bei mir Couchsurfen dürfen. Und früher war ich, ja, ja, komm, und Leihwand, ho, 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 und jetzt habe ich schon so eine ständig länger werdende Liste an meinen Erwartungen und wann ihnen das nicht passt, sonst gleich woanders dann gehen. Und ja, also ich lehne mehr ab. Ja, ich weiß auch besser, jetzt was ich kann. Diese Erwartungen, sind die dann in dem Couchsurfen-Profil zu sehen, oder? Da kann ich es auch reinschreiben. Ich werde überhaupt dann den Podcast-Link in das Couchsurfen-Profil reintun, damit die Gäste wissen, was sie erwartet. Weil ich habe jetzt nichts von einem Gast, der dann sagt, nein, ich will eigentlich nicht interviewen. Ist das auch eine Bedingung? Das kommt jetzt dazu, ja. Ja, dann musst du einen Richard Stallman einladen. Genau, ja, du hast es mit dem Richard Stallman gehostet. Ich schreibe dir auf der Couch. Wobei, der Stallman macht es ja anders, der ist ja einer der wenigen Surfer sozusagen, die einen Request haben für Leute, die ihn beherbergen dürfen, hast du gesagt, der hat eine große Liste, was er sich erwartet von einem Gast. Genau, der hat angeklärt die Liste. Ich meine, ich kenne die Liste nicht, aber der fühlt sich wirklich wie zu Hause. Also wenn du sagst, fühlst du dich wie zu Hause, dann macht er das. Und das hast du ihm auch gesagt? Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass er es so nutzt. Ja, voll kass. Erzähl. Nein, er hat es ja. Er geht selbstständig in die Küche, sucht sich Gläser, macht sich einen Tee, gibt Marina in deinem Fall die Wäsche mit der Pit, sie soll es waschen. Ach so. Also wie wenn er zu Hause kommt, zur Mama. Ja, ja. Er spaziert er dann später nackt durch die Wohnung von Badezimmer. Wirklich nackt? Ja, wirklich nackt. Also nicht einmal unter uns oder andere? Nein, das ist scheißegal. Er fühlt sich wie zu Hause, so wie wenn er allein zu Hause. Aber man hat dazu gesagt, er fühlt sich, als wäre er allein zu Hause. Na ja, da scheiß ich gar nichts. Aber den hast du nicht gehostet über die Couchsafer-Plattform, sondern im Zufelsamilionstag? Nein, der war in Wien. Da fällt mir noch glatt die Kuchenschaufel aus dem Mund. Und da hat er einen Hoster gesucht. Und sag mal so, würdest du ihn noch einmal beherbergen? Ja, jetzt wo man ihn kennt, schon. Am Anfang ist das halt überraschend oder ungewohnt. Und wie hat deine Familie auf ihn reagiert eigentlich? Meine Kinder und so? Die waren am Anfang alle baff. Mama, da steht ein Max das ist am ersten und zweiten Tag ungewohnt, weil du bestimmt das hast. Bist du dich eingeladen hast, ja? Ja, muss man. Aber nach einem Jahr geht es. Wenn man es dann kapiert hat, ist das, also man hält es dann lang mit ihm aus, weil er völlig unkompliziert ist. Ja. Aber hast du ihm was sagen können? Er sagt genau das, was er will und man muss sich nicht darum kümmern, dass er jetzt aus falscher Bescheidenheit irgendwas nicht sagt. Also kann er sich äußert. Das ist am Anfang ungewohnt, aber dann ist es eigentlich praktisch, wenn man es einmal verinnerlicht hat, dass er so tickt, wie er tickt. Beziehungsweise der ist ja, der verbringt ja ein Dreivierteljahr nur bei Ostern. Der springt von einem Ort zum anderen und ist das gewohnt, selber ist man das nicht gewohnt. Habe ich schon nichts mehr von ihm gehört? Kannst du auch das Teil meiner Homepage schauen, wo er gerade ist? Also das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war per Mail die Bitte, dass ich einem Lutenitz schicke. Lutenitz? Lutenitz, das ist so ein Lecho, also ähnlich wie das Ei, da gibt es ein typischer Eiwabe und das Lutenitz ist aber würzig, das ist eher serbisch, so eine gegrillte Paprika in so einer Lecho-Wart. Das schmeckt ihm total. Und da habe ich ihm dann drei Gläser geschickt und als Zuckerl habe ich ihm oben drauf einen russischen Schokolade weil er hat extrem viele Naschen getaucht. Und dann habe ich aber er hat es dann gekriegt und die Antwort war nicht, pass auf und danke für die Schokolade, sondern ein Glas ist zerbrochen und ich soll das bitte nächstes Mal besser verpacken. Ja, so kann es denn gehen. Ja, das ist auch mal. Aber ich habe auch schon ein Jahr nichts mehr gehört. Ich habe auch keine Gläser mehr nachgeschickt. Nein, ich schwöre mir jetzt nichts mehr. Ich hätte jetzt einen super Lutenitz, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Was ist deine Lutenitz-Quelle? Darf man die verraten? Also die jetzige ist eine bulgarische Quelle die vom Bulgarien Lutenitzer mitnimmt. Weil das Lutenitzer, das das Dolmen so gern isst, das gibt es inzwischen in Wien auch in vielen Sparmärkten. Ah, schau. Das sind so bauchige Gläser. Das ist wirklich gut. Bei Aiwa habe ich auch gern. Aber wenn es das Lutenitzer ist in die bauchigen Gläser, dann ist das ein Traum. Das passt zu jedem gegrillten Fleisch und so. Ja, das ist super. Warnung, wenn man Aiwa nicht gewohnt, ist nicht ein ganzes Glas auf einmal essen. Aiwa ist das, was du trinkst. Aiwa, nein, das ist ganz was anderes. Das ist so knallorange und ist halt so eine Paprika. Obwohl, ist das das, was du in den Balkan gehst. Ja, genau. Und das Aiwa. Aiwa, ich finde, das ist milder wie das Lutenitzer. Das Lutenitzer ist doch würzig. Ich glaube, A, J, V, A, R schreibt man es. A, J, V, A, R. Genau, ja. Und das Lutenitzer? Da habe ich auch. Okay. Ich kann das gar nicht abstablieren. Aber es fällt auf, da gibt es ja immer die, meistens ist das ein Meterregal mit exotischen irgendwas. Da ist auch das ungarische Magi, also die Suppenwürfen von dem Pulver. Wie heißt das? Kenne ich nicht. Ja, aber das ist ein blaues Sackerl, das ist auch super. Und in dem Regal. Das Vegetar, das Jugoslawische. Das ist nicht ungarisch. Das ist ungarisch. Achso. Das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, die Jugoslawen geben überall das Vegetar drauf. Ja, mir taugt das total. Gibt es auch in unterschiedlichen Orten dann und so. Und eben in diesem Regal steht dann so bauchige Gläser. Und das sind alles eher so Paprika-würzige Legos. Ich gehe dann an die Paprika-Grill und mit diesen gegrillten Paprikas machen sie dann diese Legos. Und der Knoblauch eine volle Tübe. Und Öl ist glaube ich auch ziemlich viel Leibauer. Ja. Das fährt gut. Dennis, du hast gesagt, du warst auch auf der Rad-City? Ja, ich war auch da. Die Tour habe ich leider verpasst, da bin ich einfach zu spät hingekommen. Ja, ich war Samstag und Sonntag da, habe auch die Lastenräder, aber nicht dieses Lastenrad gesehen. Wir haben die Lastenräder auch angeschaut, weil mein Bekanter ist daran interessiert, ein Lastenrad zu erwerben. Da gibt es ja hier in Wien derzeit einen Zuschuss von der Stadt. Aus? Inzwischen aus? Mit heute ist ein Rechtschluss, also nicht ein Rechtschluss, sondern heute sind so viele eingereicht worden, dass sie keine weiteren Einrechnungen mehr annehmen. Ja, interessant. Okay, dann hat er da Pech gehabt. Ja, mag ich auch, bitte. Wenn du möchtest, können wir auch teilen, wenn du nur eins haben möchtest. Du bist Bike City ist eine Veranstaltung vom Rathausplatz, auf dem Rathausplatz. Es gibt einmal ganz groß Gaudi... Was möchtest du erzählen? Einfach nur von der Bike City. Ja, du warst dort. Ja. Sag einfach. Ist nüt. Hast du den Stefan gesehen dort? Nein, den habe ich leider nicht gesehen. Hast du dich verliebt in ein eckiges Lastenrad? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die Lastenräder interessieren mich weniger. Hast du sonst etwas gesehen, was du haben möchtest? Oder was cool war? Ja, da habe ich tatsächlich, und zwar bei den Lastenrädern, und zwar eine bestimmte Bremse. Und jetzt habe ich ja bei den Blöden, da habe ich den Namen vergessen. Eine Rollenbremse, genau. Rollenbremse. Ja, das ist ein Mechanismus, der, das ist eine Bremse, die geölt werden muss. Das ist etwas Besonderes, weil normalerweise Öl dafür sorgt, dass man nicht mehr bremst, sondern dass es dann flutscht. Die braucht Öl und ist dadurch verschleißfrei. Wer sich für interessiert, ich... Das Ding heißt Rollenbremse. Rollenbremse, ja. Wie versioniert das dann? Das ist ähnlich wie die Narbenbremse, ja. Es ist, außen sind ganz viele Ringe in diesem Behälter, und innen drin ist ein Stern sozusagen, das so viele Zacken hat, wie Ringe drin sind. Und wenn man das in eine bestimmte Richtung dreht, dann fängt es an zu bremsen, weil halt dann Reibung entsteht. Wie das jetzt genauer funktioniert, kann ich nicht erklären, aber auf jeden Fall... Aber nicht an der Luft, sondern halt in einem Gehäuse. In einem Gehäuse, Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Trommelbremse funktioniert, aber es ist... Ja, es ist eher der Nabengang schaltung ähnlich. Mit dem Riesenvorteil, dass es keine Rücktrittbremse ist, sondern dass man weiterhin mit einem Zug bremsen kann. Und die funktioniert dann auch gleichzeitig als Feststellbremse. Das funktioniert so. Ja. Was ist eine Feststellbremse? Das ist eine Bremse, die man feststellen kann, so dass das Rad, ohne dass man feststellt, blockiert bleibt. Okay. Das ist nämlich etwas, was ich gerne haben würde. Das heißt, du kannst es dann auf einer abschüssigen Straße hinstellen, ohne das runterfahren. Und das ist bei einem dreiräten Fahrrad praktisch. Ja, im Prinzip ja. Und das war auf allen Rädern des Rades montiert? Ja, das war auf allen. Also Quatsch, Entschuldigung, nur bei den beiden Vorderern. Und es gab nur eine Bremse für beide gleichzeitig. Das heißt, es waren zwei Züge. Bei meinem Fahrrad habe ich ja für rechts und links jeweils einen eigenen Hebel. Und für das Hinterrad habe ich keinen Hebel. Bei den Lastenrädern, das ist ganz lustig zum Teil. Da gibt es zum Teil Zweirädrige, wo dann eine Spur haben. Es gibt aber auch Dreirädrige, die dann vorne Zweiräder haben, wo die Kiste dann dazwischen ist. Und besonders lustig war dann eins, da habe ich mich gewundert, ein Dreirädriges Fahrrad, Lastenfahrrad, mit einem Ständer. Da habe ich mir erst mal gedacht, wozu das denn bitteschön? Bis ich darauf gekommen habe, dass das Ding sich neigen kann. Und der, der mit gefahren ist, ich bin selber nicht mit gefahren, hat gesagt, nee, das ist nichts. Das ist Geschmackssache. Der Vorteil von dem Zeug ist, es wird höhere Kurvengeschwindigkeiten zulassen. Es kippt tendenziell in der Kurve nicht nach außen. Was bei schlechten Lenkgeometrien passieren kann, also da gab es einmal Probleme und es war ein Miniskandal rund um die Babos, dass welche mit Kindern vorne in der Kiste umgekippt sind und die haben dann dort ein bisschen was an der Lenkgeometrie auch geändert und daraufhin wurde das dann auch schon besser. Also es hängt sehr viel auf dem Konstruktionsprinzip ab. Ja, und diese Lastenräder sind einfach unglaublich teuer. Aber ich habe jetzt geschaut, mein Fahrrad, das ich habe, kostet inzwischen schon 5000 Euro in der Grundausstattung und diese Lastenräder zum Teil weniger. Das ist auch ein Punkt, warum mich diese XYZ so reizen. Da geht es ab 1500 los, so zwischen 1500 und 5500. Die mit den eckigen Haltungen haben, weil es im Prinzip eben nicht gewinnorientiert ist. das ganze ist das ganze Ding. Da gibt es ja da Bescheid in dem, da werden sicher auch diese Elektrobikes gehabt haben, oder? Gibt es da irgendeine Grenze, wo man dann eine Anmeldung machen muss? Zum Beispiel ein rotes Tafel. 25 kmh eigentlich. Und 500 Watt. Ab dann muss man es anmelden und eine Steuerzahler. Brauchst du ein Elektrofahrer? Und dann ist es auch Helmpflicht zum Beispiel, was es vorher nicht ist. Also wie ein Moped. Dann geht es los mit den Regeln wie ein Moped. Von 25 bis 50 kmh ungefähr ist das eine Moped-Geschichte. Dann ist es ja dann noch einmal mehr Motorrad. Und mit eigener Muskelkraft ist das nicht sehr aufgefahren. Und Moped lieber das 45 eigentlich. Früher war es 40 und jetzt es 45. Und sehr schön finde ich bei den Rädern das ich weiß nicht ob Standard ist. Aber Reputation das ist also wenn man durch treten den Akku auf lädt gibt es auf jeden Fall lassen Räder mit Rekuperation Rekuperation ist wenn du brennst und dann auf Rekuperation 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 Fangen jetzt auch immer mehr an dass du eben bergab wieder zurück rennst damit Sprich Wirbelstrom Bremse Und das ist eine feine Sache so kann man wenigstens den Elektromotor back auf nutzen und hat trotzdem nicht das schlechte Gefühl man war ich faul sondern man hat ja vorher den Akku aufgeladen zum und besonders wenn man bedenkt dass das Akku laden ungefähr das fünffache an energie kostet wie man zum schluss raus bekommt bedeutet das im endeffekt dass man wirklich wesentlich mehr kraft reingesetzt hat als schluss auch in der automobilindustrie für diesen zweck schwungräder wieder in der forschung drinnen also volvo hat das einmal angekündigt dass das serienmäßig also nicht das als energiespeicher genau dass ich die bremskraft im schwungrat speichere und bei der beschleunigung das wieder abnehmen weil eben das problem beim akku ist dass beim bremsen dass das so viel energiefreier wird dass der akku nie speichern kann aber so viel verlust das schwungrat kann das mehr besaufen Volvo hat gesagt dass es eigentlich werden es heuer 2017 serienmäßig in irgendeinem Modell Schwungrat das kenne ich noch aus der dampflacken der zeit audi hat es bei den autos von 24 stunden von liman bei der lmp1 das ist die höchste klasse einige Jahre schon drin die fahren elektrisch oder hybrid und eben auch elektrisch und die haben Schwungrat speicher ich meine so ein schwungrat das klingt nicht so als leicht gewichtig ist das musst erst mal mit anderen wobei die über rotation gehen also die energie nicht so sehr in masse sondern in rotation und ich habe so in erinnerung mit über 10.000 umdrehungen das spielte was ab bei dem schwungrat das muss gut ausgewuchtet sein wenn das anfängt zu eiern dann geht es dahin ja die sind ja mit magneten gelagert aber die Form Lines hat es ja standardmäßig das ist das KERS System was haben die das KERS was ist das ist diese Zusatzbeschleunigung das aber das Reglement das darf man noch dreimal verwenden oder so während Rennen Schwungrat ist meines Wissens ein Schwungrat in der Formel 1 fahren sie elektrisch da nein nur als Energiespeicher das können zusätzlich dazuschalten zum Schwungrat ist ja mechanisch ist ja nicht elektrisch ein Schwungratspeicher ist rein mechanische Geschichte das heißt es übertragt er dann direkt auf die Achse zum Fortbewegen in der Getriebe jetzt schon haben nicht aber wird übertragen und Hörempfehler wenn wir gerade über Batterien und so damit reden Omega Tau Podcast zum Thema Batterien dreieinhalb Stunden ist relativ frisch rausgekommen eine von den letzten Folgen haben wir jetzt angehört lernt man sehr viel über Akkus erstens einmal was sich in letzter Zeit getan hat alles wie der Stand der Forschung ist was in der nächsten Zeit zu erwarten ist und auch so Sachen wie welche Akkus man nicht tief entladen sollte bei welchen man durch einmaliges deutliches Entladen wieder den Memory Effekt los wird und wozu solche Sachen alle zustande kommen super Podcast zum Thema Batterien auch Super Gaps kommen auch vor nicht sehr tiefgehend aber kommen auch vor ich kann an dieser Stelle erwähnen dass mir das sehr gefallen hat deine Lausch-Empfehlung für das Judas-Gerät vom Netzpolitik Podcast über Judas-Gerät und zwar über so Geräte die uns ausspionieren du hast das vor zwei Wochen empfohlen ja auch nicht mit dem Begriff aber ja also die Folge heißt Judas-Gerät da war heute übrigens ein interessanter Artikel wenn man so IoT-Gevices hat also so Internet of Things Dinger die irgendwie sich dann ans Internet verbinden übers WLAN und man aktiviert die über das eigene Smartphone damit man nicht vorher irgendeinen UDP-Server braucht um dort auf den Web-Server von dem Team zu kommen wie konfiguriert wie schaffen die das dass man von der Smartphone-App dieses Gerät das ja gar nichts von dem noch weiß konfiguriert sodass es sich dann richtig ans eigene WLAN dran verbindet und das lösen die so das ist ein ganz interessanter Artikel gewesen da muss ich den Link wieder raussuchen ich weiß nicht mehr irgendwas deutsches war es aber weil sie haben ja nicht mehr Verbindung hin am Anfang weil es ist ja einfach nur eine App die ich auf meinem Handy installiert habe und sie verwenden dazu also das funktioniert so dass man dann einmal auf der Smartphone-App das WLAN-Kennwort eingeben muss und dann wird das K-WLAN-Kennwort de facto eigentlich sowas wie gemorst nicht über Audio sondern über das verschlüsselte WLAN und das Morsen erfolgt über kleine und große Pakete in diesem WLAN damit stört es nicht dass das verschlüsselt ist sondern die missbrauchen das WLAN das verschlüsselte WLAN und senden auf den kurze und lange Pakete und das IoT-Device das konfiguriert werden soll das kennt alle WLAN-Netze die es kriegen kann schaut ob es einen Mors-Code findet und wenn es so einen findet dann probiert es das in dem WLAN als Kennwort das bedeutet das Passwort wird im Endeffekt unverschlüsselt gesendet in letzter Konsequenz heißt dass das Passwort unverschlüsselt über einen verschlüsselten Kanal unverschlüsselt übertragen wird also sozusagen obendrauf am Kanal könnte man sagen rechnet das ist sowas von abgefahren das ist genial beschissen das ist wie eine Puls-Code Modulation ja so genau so wie früher die Radios hände nur dieses WLAN per Modulation raus über dein WLAN so weit wie dein WLAN reicht das ist geil das ist steil ich bin schockiert auf das denkt man zuerst nicht wahrscheinlich also der was da irgendwelche Löcher sucht ja also auf die Idee kenne ich nicht weil nämlich eigentlich ist die Idee ziemlich dämlich Entschuldigung dass ich das Wort sage ziemlich doof weil wirklich das Passwort da unverschlüsselt übertragen wird und sowas will man eigentlich nicht machen aber natürlich ist die Idee prinzipiell sehr einfallsreif es ist super komfortabel zum einrichten ich gebe einmal das Kennwort Eindruck auf 2 und das Ding konfiguriert sich magisch aber es wird halt fröhlich rausgeprocastet eigentlich wenn man richtig danach lauscht und wie ist es dann später möglich das Passwort wieder zu ändern also wenn man jetzt zum Beispiel dann ist das Gerät ja im WLAN dann kannst du sie über das WLAN erreichen naja wenn das Passwort schon geändert hast nicht aber die App weiß ja das die sind im gleichen WLAN wie das IoT Device die können ja einen offenen Kanal aufbauen wäre auch eine Möglichkeit ich habe die App nicht mehr und das bekommt gar nicht mit dass das Passwort geändert wurde dann kannst du wieder morse dann resettest halt alles also nach der erstkonfiguration ist diese morse geschicht weg oder so hoffen aber die normales die diner kannst du normalerweise resetten wenn sie ausreichend im Strom entzieht viel cooler fände ich wenn man das sozusagen per tastencode morsen könnte auf das Gerät das Passwort es können halt wenige morsen ja genau ich weiß wie das funktionieren würde man legt das sozusagen auf den schalter der schalter ist groß genug und dann benutzt die app einfach den vibrations mechanismus das mobil telefon ich habe gelesen ob sie das auch so machen theoretisch könnten das eigentlich wirklich abmorsen kleines mikrofon in das ding rein und aus der app ja das ist aber ein bisschen teurer ist teurer ja braucht ein extra mikrofon dann meine Herren habt ihr noch Themen die ihr unbedingt los werden wollt wenn nur schon so vorwurfs voll suggestiv ja suggestiv ich habe keine sendezeit wie viel sendezeit hast du noch ja genug nur eine gestrige kapazität habe immer so seine Frau wartet schon Entschuldigung der Couch der Frau wartet hast du noch ein thema christian ich habe doch eingangs etwas gehabt dann mache ich noch einen satz panoptikum werbung zurzeit kommen pro tag 100 neue wissenschafts podcast dazu hunde wo kann ich jetzt schon meine vielen podcasts per hand eintragen in panoptikum ja indem du ein opml file hochlädst ah ich muss mir erst ein opml file bauen wo die drin sind zum beispiel indem du es aus deinem smartphone exportierst das kannst du hochladen wobei man kann opml eigentlich auch per hand schreiben es ist ganz einfach das ist nur xml datei wo die links drinnen stehen ich gratuliere dass du so viele wissenschaftspodcasts es gibt viele wissenschaftspodcasts die sind meistens in englisch oder nicht ziemlich viel englisch klarerweise aber das ist witzigerweise kommt mir vor bunter von den sprachen ich habe auch relativ viel skandinavisches zeug gesehen die sprachpodcasts waren eigentlich englisch lastiger das fand ich überraschend weil vorher als letztes habe ich mich vorher um sprachpodcasts gekümmert und jetzt mache ich wissenschaft gerade gut du hast zahlt noch was ja wir sind heute mit dem mit einem projekt online gegangen visperocity das ist ein kommerzielles projekt das war nur also wir sind ja nur die entwickler ja und wie heißt das projekt visperocity visper also wie flüstern genau und wir haben also in dem projekt haben wir erstmalig also im backend ist wieder bei der postkrieg und so aber es war erstmalig für uns eine app am android handy gibt es eine app programmiert ich sage überhaupt das frontend nicht problemiert aber es ist phone gap ist da im Einsatz gewesen und was kann die oder wozu braucht man visperocity also das zielpublikum sind städte reisende die 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 idee ist sicher nicht neu die in dieser stadt interessante also sie punkte finden wollen also von restaurants bis irgendwas wo aber eben keine touristen sind vermisst also das ist so abgezielt dass die die tipps abgeben nur aus dieser region sein dürfen aber für touristen sind die information genau der tourist möchte aber in der fremden stadt nicht dort finden wo nicht der tourist ist das was nur die einheimischen gehen wo gehen die einheimischen hin das ist das ziel paradox habt ihr ja auch gerade diesen sketching kopf von monty bryton mit dem ungarischen reiseführer wo es wirklich blöd sind drinsteht was ist der da in der warte buch sehr wunderbare schenkel das heißt es ist ja sehr leicht missbräuchlich wenn ich mich da könnte ich jetzt es ist schon einiges eingebaut dass man zum beispiel die heimatregion nicht so einfach wechseln kann aber also ich finde die idee dahinter oder das ziel sehr sportlich und mich selber würde es auch interessieren als user ob es funktioniert würde man erst sehen auch wie das business modell sie wollen keine daten verkaufen und keine werbung schalten dafür gibt es dann eben in-app käufe was ich bei sowas nie ganz sehe ich vermute jetzt einmal dass die daten die ich da reintue nicht unter einer freien lizenz stehen warum sollte ich jetzt hergehen und der firma berichte schreiben über lokale oder über sachen da gibt es so gamification wenn ich fünf vispas rein stelle dann habe ich einen anderen status und dann habe ich andere features also es wird einmal jeder neue darauf hingedrimmt dass er zumindest vier ich glaube die grenze ist aktuell bei vier vispas rein stelle google maps glaube ich fragt mich auch dauernd derzeit nicht das ist glaube ich mehr branche also inzwischen fragen sie mich nicht mehr aber lange was ich nur empfehlen kann wer wirklich gern sowas macht also dass er seine erfahrungen oder dieps schreibt es gibt diverse projekte von der wikipedia die alle unter einer freien lizenz stehen also wiki travel gibt es da noch noch einiges andere die genau auf das spezialisiert aber open street map hat auch schon man kann sich durchaus auch einbringen und das bleibt dann aber gleich unter einer freien lizenz und nicht in einer firma super also wenn man schon die eigene abwirkung kann ich trotzdem ein nettes projekt es war wieder so eine entscheidung für phone gap zum beispiel weil man damit beide welten versucht haben zu erschlagen also iphone und android im detail hat es dann gesplittet also man hat dann lauter weichen quasi iphone dann also das passt doch nicht ganz zusammen und inzwischen ist ja phone gap glaube ich gestorben also das wird ja nicht mehr weiterentwickelt das ist sowohl als funge balsach als cordova das eine ist also ursprünglich war es eine eigene firma und dann ist die verscherbelt worden an adobe und adobe vertreibt es noch als eigenes produkt das ist an und für sich auch frei aber wenn man gewisse sachen haben will wie ihre bildinfrastruktur nützen dann zahlt man dafür und dann gibt es eben noch das freie projekt da und ich weiß jetzt auswendig nicht mehr welches welches ist das verwechsel gerade technisch ist die gleiche basis ich glaube das freie und das funge wird eingestellt es muss ganz neu sein also letztens war es noch aktiv meine herren schlussworte noch freie software auf blackberries mit funge damit man auch wieder apps entwickeln und damit lade ich herzlich ein zur nächsten woche wenn es heißt biertaucher podcast nummer 319 30 mit zwei kameras das heißt alle werden gefilmt außer die die hinter der kamera sitzen die müssen dafür dann immer auf die kameras schwenken und am 28. 4. podcasting meetup schon wieder spießt sich das nicht mit im grazer linux tag das mag sein und ist es wieder sektor 5 oder details auf podcast ari.at sehr gut christian werbung am schluss wird das essen gemundet von garib sehr gut also ich werde das lokal gleich in die swiss pro city super jetzt haben wir dann Autotouristen da weil das ist wirklich das wo nicht einmal die einheimischen stehe kein sein von niemanden obwohl es so gut ist super der hat ja da hoßkorngriller ja wir reden schon seit fünf jahren wie wir schaffen dass wir mehr leute hier her nutzen das müssen wirklich die einheimischen also ich bin auch schon zumal hier mittags und da sind tatsächlich viele einheimische aber es sind trotzdem recht wenige leute da man kriegt immer einen platz und jeder der hierher kommt und kommt wieder von mir ist weit weg ok dann bis nächstes mal bis nächste woche tschüss tschüss